Ich denke, wer zu spät kommt, der wird das dann schon noch alles mitbekommen. Also nochmal, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Ich bin der Carsten Kagels und mein Gesprächspartner oder eigentlich der heutige Referent sozusagen ist der Christian Kühn. Um ihn geht es hier eigentlich und um seine Tradingmethode oder sein System oder seine Strategie. Ich finde es super, dass wir ja 15 Uhr, also am Nachmittag, ist ja eine ungewöhnliche Zeit. Sonst machen wir solche Webinare eigentlich immer abends um 19 Uhr. Aber wie man sieht, haben sich dann doch einige Leute die Zeit genommen oder können sich die Zeit nehmen. Und das finde ich super. So, es ist eine Premiere. Ich weiß auch noch nicht so genau, was der Christian alles machen wird. Was ich aber weiß und mir relativ sicher bin, ist, dass er es gut machen wird. Dass er sehr fundiert quasi sein Thema eben kennt natürlich und das auch, glaube ich, ganz gut überbringen wird und kann. Also das wird sehr spannend. Ich weiß es genauso wenig eigentlich, was passieren wird. Ich kenne natürlich sein Handwerkzeug, aber jetzt nicht so was im Detail. Genauso wenig, das ist für alle interessant. Wir machen eine Aufzeichnung. Das heißt, ich kann euch oder werde am Sonntag im Newsletter wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich ziemlich sicher dann die Aufzeichnung rausschicken. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es bitte in diesen Chat. Dafür ist der Chat da. Und habe ich noch irgendwas vergessen? Irgendwas Wichtiges? Glaube ich, wird sich im Rahmen des Nachmittags irgendwie schon ergeben. Ja, wird sich ergeben, genau. So, dann übergebe ich mal an den Christian Kühn und seine Charts. Und meine Charts. Gut, dein Karsten. Also, ich bin der Christian Kühn und ich möchte mich aber zuallererst mal ganz kurz vorstellen. Ich habe in den 90er Jahren das Trading gelernt an der deutschen Terminversion. Und zwar Aktienoptionen waren das, Aktien und Aktienoptionen und bin dann im weiteren Verlauf 1996 auf die Zinsseite gewechselt. Und zwar Zinsderivate zu handeln. Für diejenigen, die das nicht wissen, das sind sehr komplexe Instrumente, die zum Teil auch damals zur großen Finanzkrise 2007, 2008 und 2009 geführt haben. Und ich war aber nicht dabei. Ich habe da keinen Anteil an dieser ganzen Sache gehabt. Aber das sind halt Produkte, wenn man sie handelt, dann braucht man schon hochkomplexe Pricing-Systeme. Und das geht auch alles auf bilateraler Basis. Das ist also kein Börsenhandel, sondern ein sogenannter außerbörslicher Handel. Und das habe ich im Prinzip bis 2016 gemacht für verschiedene in- und ausländische Banken hier in Frankfurt. Und Zinstrading ist ein fundamental basiertes Trading. Denn der Zins wird determiniert aus wirtschaftspolitischen Geschichten, zinspolitischen Geschichten, also zentralbankpolitischen Geschichten, geopolitischen Geschichten, Angebot und Nachfrage. Also vieles determiniert den Zins. Das heißt, man macht eine reine Fundamentalanalyse und versucht sich da entsprechend zu positionieren. Ich habe das auf Portfolio-Management-Basis gemacht, aber auch auf sogenanntes Risk-Taking. Das heißt, wir haben Trading-Positionen genommen und haben in der Erwartung, dass diese aufgeht und unseren Profitbescheren dann eben auch eine Weile lang gehalten. Tage, Wochen, Monate. Das ist eine andere Geschichte als das rein analytische Trading. Und irgendwann habe ich mich der Analytik verschrieben und mich 2016, 2017 selbstständig gemacht. Und dann habe ich angefangen, ich hatte während meiner Bankenkarriere schon einen Algorithmus, nachdem ich getradet habe, habe aber festgestellt, der funktioniert nicht. Der funktioniert deshalb nicht, weil wenn man das in Verbund mit seinem eigenen Bankenportfolio macht, dann kann das nicht richtig hinhauen. Also dieser Mix aus den Fundamentalen in der Analytik hat nicht geklappt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen zu basteln und zu tüfteln und zu machen und zu tun und habe gesagt, es muss da draußen irgendeinen heiligen Kral des Tradings geben. Der Markt hat eine DNA. Der hat definitiv eine DNA. Der Markt ist nicht zufallsbedingt. In bestimmten Momenten ja, aber man muss das irgendwie lesen können. Und man kann es bestimmt auch mit Indikatoren lesen. Und so habe ich alle Indikatoren, Varianten, die es gibt mit RSI, MRCD und allem drumherum durchprobiert. Habe aber festgestellt, ich möchte einen Trend. Ich möchte ein System haben, welches mir hilft, einen Trend aufzuspüren und diesen Trend zu handeln. Und irgendwann kam dann, wie der Name sagt, der Supertrend. Den habe ich gefunden in diversen YouTube-Filmchen, auf diversen Webseiten und so weiter. Habe aber immer gedacht, man sieht nicht viel und hört nicht viel über den Supertrend. Das ist ein bisschen unterrepräsentiert. Auf jeden Fall habe ich mein Trading-System dann irgendwann nach dem Supertrend aufgebaut. Mit ein paar anderen Komponenten und ich habe alles Mögliche mit dem Supertrend probiert. Trendfolger, Oszillatoren und wie auch immer. Und bin am Ende, nach langen Jahren des Tüftelns, was vielleicht am Ende, wenn ich das jetzt sage, den ein oder anderen, die ein oder andere verwundert, am Kopf verkratzen lässt und sagt, was, das hat so lange gedauert. Es ist aber in der Tat so, weil diese Anzahl der Trader und Anzahl der Indikatoren, die es da draußen gibt, dann auch durch Optimieren eigener Indikatoren, was ich eben auch gemacht habe, braucht man halt eine Weile. Man muss es auch testen. Man muss es nicht nur auf der Demoseite testen, sondern auch im Real Trading. Und irgendwann kommen dann die Verluste und man muss sich hinterfragen, wo kommen die Verluste her, war es ein Fehlsignal, hat der Algo nicht funktioniert und, 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 und. Und ja, ich bin zu dem gekommen, was ich euch jetzt hier zeigen möchte. Ich denke, das mit dem Du ist okay, der informellen Ansprache. Und der Schirm ist freigegeben, ne, Carsten, oder? Das ist der DAX. Ich fange einfach mal mit dem DAX an. Ich hoffe, dass wir später in das Live-Trading hineingehen können für den Nasdaq. So ist es ja auch ein bisschen angekündigt. Der Nasdaq hat natürlich gestern ein bisschen, ja, mächtig outperformed, dann auch overnight mit diesen Nvidia-Zahlen, die wahrscheinlich oder mit Sicherheit den Markt noch dominieren. Dazu steht Jackson Hole an. Jackson Hole ist dieses Zentralbankentreffen, was einmal im Jahr in Wyoming ist es, glaube ich, stattfindet. Und heute und morgen werden den ganzen Tag über Zentralbänke aus der ganzen Welt sprechen. Und da kann es schon sein, dass ein paar erratische Schwankungen hier auftreten, die man zuerst gar nicht nachvollziehen kann. Aber möglicherweise ist es dann eben eine Kombination aus beidem. Das, was Nvidia gemacht hat, Boeing beispielsweise, hat schlechte, schlechte Voraussetzungen. Das heißt, der DAO geht runter, der Nasdaq geht hoch. Zwischendrin, zwischen DAO und dem Nasdaq sitzt der S&P, der ein bisschen mit runter will, aber auch ein bisschen mit hoch. Aber konzentrieren wir uns erst mal auf den DAX. Ich möchte das mal zeigen. In der klassischen Lehre, das wisst ihr auch, gibt es sozusagen die übergeordneten und die untergeordneten Charts. Ich fange mal mit einem übergeordneten Chart an. Den schmeiße ich dann aber auch raus. Und zwar dem hier. Den habe ich noch nicht ganz bereinigt, aber das mache ich jetzt einfach mal. Meist das Zeug hier mal raus. Und das auch. So, und da bleibt das hier übrig. Kurs. Viele benutzen die 240 Minuten. Das sind die 240 Minuten im DAX. Und wenn man sich das anschaut, bewegt sich der Markt halt immer hin und her. Wo geht man da rein? Wo bleibt man draußen? Das Erste, was man machen kann, wenn man sich ein Trading-System bastelt, ist einen Moving Average reinsetzen. Ich nehme hier in den 240 Minuten den Achter. Der Achter wird in der angelsächsischen Sprache als King-Aid bezeichnet. An dem orientieren sich viele an dem sogenannten King-Aid. Und das sieht man auch, wie er hier schön den King-Aid eben auch folgt. Drüber wird gekauft, drunter wird verkauft. Hier sitzt man in der Phase, wo nicht so viel passiert und so weiter. Aber ein einzelner Moving Average reicht eben halt nicht aus. Ich habe dann gesagt, gut, ich bastle mir noch einen untergeordneten Supertrend her hinein. Das ist der hier. Ich denke, das sieht man ganz gut. Und da weiter geht der Markt auch diesem Supertrend hier voll. Jetzt habe ich schon ein weiteres Trading-Modell oder ein erweitertes Trading-Modell. Ich weiß, oberhalb von dem King-Aid kaufe ich und auch oberhalb von den Supertrends. Unterhalb verkaufe ich unterhalb der Supertrends. Reicht das schon aus? Hier kriegt man ein bisschen Probleme, wie man sieht. Hier hat er zwar den Trend mitgenommen, aber hier hat er immer ein bisschen umhergestolpert. Das ist nichts Ganzes und nichts Halbes und das führt eben auch zu Fehlsignalen. Ergo, zwei Indikatoren reichen halt noch nicht. Man braucht einen dritten. Den dritten Indikator habe ich hier. Das ist wieder ein Supertrend, der allerdings eine etwas höhere Multiplikator hat. Wie ein Supertrend funktioniert, hoffe ich, wissen die meisten, ich erkläre es trotzdem nochmal. Der Supertrend ist... Ich habe gefragt, welche Einstellung, ich weiß nicht, ob du dann darauf was zu sagen kannst. Die Einstellung, die ich hier nehme... Wurde gefragt, ja. Wenn du die sagen willst, musst du natürlich nicht, wie du willst. Die, die ich hier nehme, ist ein Zweier, ein Zweier ganz klassisch. Ich nehme immer einen mehr als das, was draußen in der klassischen Lehre angezeigt wird. Denn wenn der dann reißt, dann weiß ich, dass der Untergeordnete auch gerissen ist. Aber manchmal gibt das Supertrend halt auch Fehlsignale. Der Supertrend an sich... Der berechnet sich ganz einfach aus einem Kurs. Ich rechne eine ATR aus, eine sogenannte Average True Range. Das ist die True Range, die gemittelt wird... Durch diese Zahl, die hier vorne steht. Also ich nehme sozusagen die True Range. Die True Range ist eine Candle. Und die wird gemittelt durch einen Average. Das ist ein 9er Average. Ich habe mal ein 9er genommen. Viele benutzen den 10er. So, und dann rechnet man diese Average True Range aus und sagt... Der Supertrend ist sozusagen, viele sagen das Closing, hier, minus 2 ATRs, also zweimal die Average True Range, je nachdem, wie man das Ding definiert. Und dann kommt diese Linie hier raus. Und mit dieser Linie geht er halt nach oben. Hier weiterhin das Closing, minus 2 ATRs und dann steigt der Supertrend, wenn die Kurse aufsteigen. Welchen Multiplikator hast du da drin? Ich habe hier ein Zweier. In dem großen grünen und in dem kleinen grünen habe ich eine 0,6. Aha, okay. Steht ja auch da. 240 Minuten, das kann man hier so ein bisschen sehen. So, und der Supertrend ist so ausgestattet, dass er sich das unterste Level merkt. Das heißt, er kann nicht runtergehen. Der kann nur steigen, maximal stagnieren. Nach unten hin ist es genauso. Ich nehme ein Kurslevel. Viele nehmen das Closing, minus 2 ATR. Es gibt auch welche, die High durch Low durch 2 nehmen. Also im Prinzip die Mitte hier raus. Minus 2 ATR. Plus 2 ATR auf dem Weg nach unten. Und so kommt dieses Level zustande. Hier merkt er sich das Minimum. Hier merkt er sich das Maximum. Und irgendwann dreht er mal. Und dann geht er in die andere Richtung, auf die andere Seite. Ich gucke mir das an, die 240 Minuten, um so ein gutes Gefühl dafür zu kriegen, wo sich der Markt im Moment gerade befindet. Wobei ich nicht darauf handele. Ich gucke mir das nur an. Das ist sozusagen eine Handelsunterstützung für mich. Das sind die 240 Minuten. Das funktioniert von den Supertrends letztendlich auch ganz gut. Und natürlich kann man hingehen und kann sagen, okay, wenn er hier drauf dotzt, weil es hier so wunderbar gepasst hat, setze ich mich hier hin und kaufe. Kann ich machen. Ich kann auch mit einem, im Englischen Flip, wenn er die Farbe dreht, also von Rot auf Grün. Ich kann auch mit dem Flip Long gehen. Und hier kann ich mit dem Flip Short gehen. Das hat hier mal geklappt. Das hat hier mal geklappt. So hat jeder seine Technik. Meine Technik, die ich habe, ist eben eine andere. Ich möchte einen Ausbruch und einen Pullback. Mit einem Pullback auf ein bestimmtes Level. Trotzdem gucke ich mir halt an, weil hier hat das jetzt mit diesem Flip nicht funktioniert. Da hätte es wieder funktioniert. Da nicht. Und da weiter. Das ist nicht meine Art des Handels. Es gibt bestimmt Long-Term-Trader, also Swing-Trader, die das machen. Ich mache es nicht. Ich nehme das sozusagen als Unterstützung. Dann mache ich die mal weg. Die 240 Minuten. Und jetzt komme ich zum nächsten Untergeordneten. Das sind für mich die 15 Minuten, die ich mir anschaue. Dort das gleiche Spiel in den 15 Minuten. Ich habe ein Moving Average. Ich nehme hier den 12er. Moving Average. Warum nehme ich die 12? A, weil sie sehr gut trifft, wie man sehen kann. Die 12. Warum trifft die 12 so gut? Es gibt Leute, die sind abergläubisch, nennen die 8. Andere nehmen Fibonacci-Zahlen und so weiter. Ich habe die 12 irgendwann mal ausprobiert, weil sie in dem MACD, ich glaube, jeder weiß, was der MACD ist. Moving Average, Convergence, Divergence. Und dieser Moving Average oder der MACD wird von Millionen Tradern draußen benutzt. Und die Standardeinstellung des MACD ist 26 für den langen Moving Average und 12 für den kurzen Moving Average. Und so habe ich gesagt, wenn der MACD da draußen benutzt wird und die Leute eben auch Kreuzungen von der Signal Line und dem MACD handeln und die auf 26 und 12 basieren, dann kann das nichts Falsches sein. Man kann auch eine 21 nehmen. Es gibt auch Leute, die sagen, man muss die 21 haben, weil die 21 eine, ja, keine Ahnung, ist das eine Fibonacci-Zahl? 5, 8, 11, 11, ja, ist eine Fibonacci-Zahl, kann man auch nehmen. Ich nehme die, den 12er, Entschuldigung. Und der trägt mich eigentlich auch ganz gut durch die Welt. Dazu habe ich aber mir auch zu eigen gemacht, nochmal ein Moving Average draufzubasteln. Entschuldigung, einen Supertrend draufzubasteln. Und nehme mal Standard-Einstellung. Hier auch wieder den. Ist der 2er. Und auch der funktioniert recht gut. Der gibt mir hier oben einen Deckel, dass es da erstmal nicht weitergeht, auch wenn der Markt hier noch drüber ist und im Long ist. Und auch ein sehr gutes Hilfsmittel. Und es gibt mir gute Support-Linien. Und er gibt mir auch gute Resistance-Zonen. Ist jetzt natürlich keine richtige dabei, außer der hier oben. Aber der 2er auf die 15 Minuten hat Gewicht. Warum die 15 Minuten? Es gibt bei den Amerikanern viele, die auf die erste Viertelstunde, die Candle der ersten Viertelstunde in den 15 Minuten schauen. Um halt dieser Range dann zu sagen, bricht er nach oben oder nach unten aus, ist das nach oben ein Long, nach unten ein Short-Signal. Also haben die 15 Minuten, weil so viele darüber reden, Gewicht anders als die 10 Minuten oder die 20 Minuten. Bestimmt gibt es das auch. Man findet dort Möglichkeiten, mit den Supertrends eine Kombination zu basteln, die funktioniert. Ich denke mir aber, wenn das Augenmerk auf den 15 Minuten liegt, warum soll ich was anderes nehmen? Da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Und ich habe lange auf YouTube mir Videos von amerikanischen Tradern angeschaut. Und die kamen immer wieder auf die 15 Minuten zu sprechen. Irgendwann habe ich gedacht, vielleicht liegt da der Stein der Weisen. Auch so ein bisschen. Und wie immer reicht mir ein Supertrend nicht. Ich nehme noch einen zweiten dazu. Aber auch da sieht man, man muss ein bisschen aufpassen. Es ist nicht immer alles so wie hier, wo ihr mal draufsetzt und dann gibt er eine schöne Bewegung. Oder hier, wo ihr hier durchfällt. Und es gibt eine wunderbare Bewegung. Es gibt immer mal solche Momente hier, wie diese dort. Und hier hat es natürlich Homerun-mäßig geklappt, das Ganze. Hier auch. Es sieht dann immer schön aus, aber die Momente, die kritischen Momente sind halt die, wo das dann nicht mehr so funktioniert. Und auch das ist für mich eine Richtung, in die es geht. Mit den 240 Minuten und mit den 15 Minuten eine weitere Richtung, in die wir uns bewegen. Dagegen möchte ich auch nicht handeln. Andererseits weiß ich, wenn er hier durchbricht, dass er hier auf einem Support liegt, hier oben und hier. Gut, das war in den Morgenstunden. Jetzt noch mal ein anderes Beispiel. Da haben wir hier beispielsweise. Hier ist er raus und er ist ja hier oben dran und er ist dann runter. Also das ist alles eine Kombination aus Support- und Resistance-Linien, die man sich anschauen muss. Wenn ich hier long wäre, aus irgendeinem Grund, weil der vielleicht die Farbe gedreht hat, weiß ich aber, dass hier oben vielleicht Schluss ist. In der ganzen Angelegenheit. Und wie hier ein Beispiel. Er ist hier raus und hat sich dann zwischen diesen beiden Supertrends wie in so einem Flipper-Spiel mehr oder weniger hin und her bewegt. Im Englischen nennt man das eine sogenannte No-Trade-Zone. Wenn das nicht klar ist, die nicht beide über- oder untereinander liegen, sollte man die Finger davonlassen. Und trotzdem gibt es Möglichkeiten hier zu handeln, wenn man möchte. Also so etwas ist nicht sakrosant, aber man muss es halt einfach beachten. Und es kalkült sich hier auch. Der war noch im Short, der war im Long und am Ende hat er doch den Long ab 18 Uhr hier aufgenommen. Das sind die 15 Minuten. Ich habe hier unten mir noch die ATR gebastelt, die ich mir immer mal anschaue, um einfach zu gucken, wie in einer Hochvolatilitätsphase, also nach der Eröffnung, die Woll ist, die dann im Verlauf des Tages natürlich runtergeht, weil die Schwingungen dann raus sind. Und gerade in der Mittagszeit, in der sogenannten Deadzone, da funktioniert das halt, da funktioniert das halt, also da verlieren die Supertrends mitunter ihre Aussagekraft, weil hier oben bei einer ATR von, seht ihr das? 30 und hier hinten dann von einer ATR von 11, das ist ein Drittel, schlägt der natürlich dreimal früher an als der hier. Sieht man auch an der Differenz zwischen diesen beiden hier. Die ist hier hoch, hier ist sie nicht mehr so hoch. Warum? Weil die ATR einfach hoch ist, wesentlich höher ist. Das heißt, mit sinkender ATR und letztendlich geht es nur um die Average-Tool-Range in der Supertrend-Berechnung, mit sinkender ATR nähern sich diese beiden diese beiden Linien an. Wenn die ATR hoch ist, sind sie halt einfach mal ein Stück weit auseinander. Hier liegen sie auch eng bei Samen, hier auch. Und man sieht halt in der Vorbörse, wenn der Markt sich so gemächlich bewegt, dass diese Linien hier sehr nah beieinander liegen. Ein Indiz dafür, dass die Average-Tool-Range nicht so hoch ist. Muss ich alles mit ins Kalkül ziehen, wenn ich trade? Dann haben wir die 15 Minuten mal weg. Und kommen zum nächsten. Das wird ziemlich spannender. Die 5 Minuten. In den 5 Minuten, das habe ich auch in meinem Telegram-Kanal schon das öfteren gesagt, das ist für mich sozusagen das A und O. Ich gucke mir die 15 Minuten an, schaue mir in den 15 Minuten, Entschuldigung, in den 15 Minuten an, ob wir im Long oder Short sind. Und danach kommt dann für mich eben die 5 Minuten ins Spiel. Die 5 Minuten, um auch wieder ein Modell zu basteln, einfach nur mal eine Mooring-Average-Kombination aus 12 und 26. Die habe ich mir hier gebastelt. Wenn der 12er über dem 26er liegt, dann ist auch der MACD positiv. Wenn er drunter liegt, ist der MACD negativ. Das gucke ich mir an, sage, ja, tendenziell kaufe ich, wenn 12 über 26 handelt. Hilfsmittel. Definitiv ein Hilfsmittel, was man beachten soll. Auch hier sieht man schön, dass der Markt sehr oft und häufig an den 12er wieder rangeht. Aber auch an den 26er, je nachdem. Den Großen oder den Kleinen spielt da erstmal keine Rolle. Hier sieht man es eben auch schön, wie er sich auch an dem 26er hier entlanghangelt. Das sind die 5 Minuten. Wenn ich 26 durch 3 teile, dann bin ich knapp bei der 8. und dann bin ich wieder bei dem sogenannten King 8 auf die 15 Minuten, wo ich den 12er nehme. Aber nur mal so, wie sich diese Dinge halt einfach auch ähneln. Dass ein King 8 im Prinzip sowas wie der 26er auf die 5 Minuten ist. Und wenn das funktioniert, das Konkurrent ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass man auf der richtigen Seite ist, noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen hier. Das ist mit den Moving Average natürlich eine elegante Geschichte, indem ich einfach den Multiplikator erhöhe, von 5 auf 15, also mal 3, von 15 runter auf die 5, dann mein Divisor. Mein Divisor ist dann 3. Und so kann ich dann die entsprechenden Moving Average Perioden hier oben mir anzeigen lassen. Ich habe mir, obwohl ich CFDs handele, Gedanken gemacht, weil der Viva, der Volume Weighted Average Price, da draußen eine sehr hohe, eine sehr hohe Wichtigkeit hat, habe ich mir überlegt, wenn wir CFDs handeln und wir kein Volumen haben, brauchen wir eine andere Art, um an diesen Viva-Brand zu kommen. Ich habe mir dann Gedanken gemacht und habe meine eigene Formel gebastelt und habe den Viva mir hier, ich habe mir den Viva hier gebastelt und habe den auch mit Viva anderer Systeme, wo man ihn bekommen kann, also die volumenbasierte Systeme, verglichen. Ich komme davon sehr nah dran. Bis in dem Viva, die Mystik, die Mystik mit dem Volumen genommen, in dem ich einen anderen Weg gefunden habe, der genauso vielversprechend ist oder genauso vielversprechende Hinweise liefert. Viele sagen, oberhalb des Viva-Brands wird gekauft, unterhalb des Viva-Brands wird gegeben. Ich nehme den Viva trotzdem mal raus, spielt aber bei mir auch eine Rolle, ich gucke mir den auch an. Ich erzähle heute Morgen, war das gut zu sehen hier, kommen da gleich nochmal drauf zurück, wie der Markt sich hier schwer getan hat. hier durchzugehen, weil dieses Bündel hier und auch das Overnight High, was sich viele Leute halt auch anschauen, von hier zu hier, hier gelegen hat. Da ging er nicht durch mit diesem Spike nach oben, aber nun gut, es geht um die Supertrends. Hauptsächlich geht es um die Supertrends und für mich als Supertrend, der relevant ist, das ist der hier. Wenn meine 15 Minuten auf grün schalten, dann gucke ich mir an, was meine 5 Minuten machen. Wenn die auf grün schalten, weiß ich, ich bin im Long. Wenn die auf Rot schalten, dann bin ich im Short. Hier waren wir, was die 5 Minuten betrifft, auf der Short-Seite. Er kam aber da unten nicht durch. Warum? Weil eben dieses Bündel an Zahlen, an Moving Averages und VWAPs und so weiter hier liegt. Und darüber hinaus hat hier heute Morgen auch dieser Supertrend in den 15 Minuten gelegen, auf der 30. Jetzt weiß ich, okay, der kann hier abprallen nach oben. Wie weit kann er gehen? Er kann hier hingehen. Wenn ich hier shorte, weiß ich, hier unten ist höchstwahrscheinlich Schluss, bis er irgendwann mal durchgeht. Und was er gemacht hat, als er dann hier durchgegangen ist, irgendwann durch diesen Supertrend, das war hier, das sieht man dann, dann hat er Fahrt nach unten aufgenommen. Das war diese Bewegung. Und wenn man sich das in der Vergangenheit mal anschaut, kommt man mit dem schon relativ gut zurecht. Gestern war eine Phase, wo der Markt in der Seitwärtsbewegung war, da ging nicht so viel. Aber es gibt immer wieder die Möglichkeiten, wenn er dann mal gebrochen hat und den Trend aufgenommen hat, dass man mitgeht mit dem Markt. Und ich mache das mal noch mal ein paar Tage zurück. Das ist im Übrigen von WH Self-Invest der Nano-Trader, falls es jemand wissen möchte. Am 21. aus der Eröffnung raus ist er auch stur gefolgt diesem Supertrend hier. Dagegenstellen sollte man sich nicht in der Aufwärtsbewegung und dagegenstellen sollte man sich auch nicht in der Abwärtsbewegung. Der hat große Aufmerksamkeit erzielt. Das sehe ich daran, dass die Trefferquote von dem einfach sehr hoch ist. Leist sich dagegenstellen, macht keinen Sinn. Hier hat der Trend gestimmt. Das war perfekt. Über wie war über den beiden Moving Averages. Die waren weit auseinander. Das heißt, starkes Kaufinteresse. Und dann kann man da mitgehen. Nur spätestens hier muss man, also ich mache das zumindest so, gehe ich aus dem Markt raus, warte dann lieber auf so einen Entry. Denn was passieren kann, wenn man das nicht tut im Supertrend? Das ist die Bewegung. Dann ist er von hier oben runter, hat hier ein Sale gegeben und dann wurde er nicht mehr gesehen. Dann hat er die ganze Bewegung hier 100 Punkte innerhalb kürzester Zeit rausgenommen. Die Menschheit guckt da drauf. Nicht die Menschheit, aber viele gucken da drauf. Ich denke mir, dass viele Leute darauf schauen, beziehungsweise die Trefferquote von dem Supertrend zu hoch ist, weil sich automatische Trading Systeme relativ einfach programmieren lassen mit diesem Supertrend. Bei einem Oszillator wird es immer ein bisschen schwierig. Wann gehe ich da rein? Wann gehe ich da raus? Aber das ist relativ einfach. Wenn er flippt, flip im Englischen, trete, wenn er flippt, bin ich long, im long und gehe raus. Wenn er flippt, bin ich im long, long und dann gehe ich raus, weil sowas kann passieren. Wenn ich hier mit irgendeinem anderen Stopp arbeite, dann werde ich in aller Regel rausgeholt. Hier kann ich meinen Verlust oder meinen Profit, den ich gemacht habe, maximieren, indem ich hier rausgehe, wenn ich diesen Flip sehe. Und man sieht es halt einfach abends dann. Er hat es dann hier auf dem Low nochmal probiert und dann ging es nach oben. Und wenn ich mir Moving Averages anschaue und wenn ich mir VWAP anschaue und wenn ich mir auch die 15 Minuten anschaue, dann war das für den Moment egal. Der Markt handelt einfach mit diesem Supertrend mit in den 5 Minuten. Ich habe es auch mit 2 Minuten und 3 Minuten probiert, bin am Ende aber auch auf die 5 Minuten gekommen, weil die 5 Minuten auch in den ganzen Videos, die es da draußen gibt über Markets und so weiter, immer wieder genannt werden. Darüber hinaus werden die 3 Minuten und die 2 Minuten bei vielen Trading-Plattformen der Broker gar nicht angeboten, sodass wir einfach nur die 5 Minuten bleiben, weil es nichts anderes gibt. Also bei einigen ist es so, es gibt auch andere, die bieten 1, 2, 3 an. Der beispielsweise hier, der Nano-Trader, der bietet von 30 Sekunden ab alles an, mehr oder weniger. Und ich kann auch 10 Sekunden handeln, wenn ich will, oder 15 Sekunden. Das ist also dort in dem Nano-Trader, der ist da sehr elegant, ich mache keine Werbung für diese Plattform, aber ich habe mich damit angefreundet. Ich habe mich deshalb auch damit angefreundet, weil als ich den Nano-Trader kennenlernte, unbedingt meine, zu meiner Bankenzeit entwickelte Algo programmieren wollte. und dazu brauchte ich eine Programmiersprache, die ich relativ schnell erlernen kann, als ich programmiere. Und so kam ich auf den Nano-Trader damals und bin auch nicht mehr weg, seit ich da seit 2017 drauf bin. Denn er gibt auch nicht nur die Möglichkeit, die eigenen Indikatoren zu basteln. Bei mir steht überall ein CK für Christian Kühn davor, das heißt, ich habe mir diese Dinger, diese Codes, die dahinter stecken, die habe ich mir nochmal ein bisschen erweitert und habe die ein bisschen aufgebohrt, weil ich gemerkt habe, dass ich mit den Standardindikatoren der Supertrends nicht zurechtkomme oder schwerlich zurechtkomme. Aber man hat eben auch die Möglichkeit, das über Farben und so weiter alles schön abzubilden. Und dann wird da auf den ersten Blick klar, wie hier ein Long funktioniert und wie hier halt ein Short funktioniert. Und heute Morgen in der Session, das war die gestrige Session, hatten wir die schon? Ne, die hatten wir nicht. Seit der 22. Ne, vor zwei Tagen war das. Auch aus der Öffnung raus und dem Supertrend hinterher. Hier gebrochen, hier zurückgelaufen, also wie ich vorhin schon gesagt habe, Breakout, Pullback, und dann ein Entry gesucht für den Markt. Hier auch. Hier hat er kein richtiges Pullback mehr gemacht, was sich dann auch in dieser Bewegung so ein bisschen manifestiert hat. Aber unabhängig davon, man ist ja, war das eine Zahl, die da rauskam? Ne, war es nicht. Einfach nur oben gewesen und jetzt reicht es. Und was dann im weiteren Verlauf passiert ist, er hat sich hier an diesem Supertrend entlang gehandelt. gegen den sollte, ist das falsche Wort, darf man sich halt auch nicht stellen. Denn er gibt immer wieder bei dem Pullback hier hoch, an diesen 12er oder an das Supertrend-Level selbst heran, die Möglichkeit, in den Markt hineinzukommen. Und natürlich muss er ein Supertrend mal reißen, ganz klar, weil jede Bewegung so wie diese dort erfordert ein Pullback. Und wenn ich nur ein oder zwei Average True Ranges Platz habe, was ist das? Werner, ich gehe da gleich drauf ein, ich habe da noch gelesen, ich zeige euch die Minute gleich nochmal, vielleicht wird es dann ein bisschen klarer. Wir sind erst am Anfang. Dann muss ein Supertrend halt mal reißen. Wenn ich nur eins, also bei einem Multiplikator von eins oder zwei Average True Ranges Platz habe, dann muss der Markt einfach mal irgendwann nach oben. Hier sieht man ganz schön in diesem Beispiel, dass der Supertrend über die ATRs schneller ist, als die Moving Average ist. Der ist schneller gefallen, als die Moving Average hinterher kommen. Und wo geht er hin? Er geht an den Moving Average dran. Damit muss er automatisch den Supertrend flippen. Und dann ist der Supertrend erst mal auf der anderen Seite. Und dann muss ich halt warten, bis er wieder auf die gleiche Seite kommt. Also zumindest mache ich das so, weil ich herausgefunden habe, dass das die für mich beste Variante ist. Das war die Overnight Session. Hier sieht man das auch sehr gut. Er hat hier draufgesetzt und ging nach oben weg. Am 23. war es ein bisschen problematischer, wie man hier sehen kann. Aus der Eröffnung raus ging es nach oben. Dann ging es hier runter und dann hat er sich einfach eine Seitwärts-Range bewegt, ohne dass nun mal so richtig irgendwas passiert ist. Hier gab es immer mal die Möglichkeit, ein paar Ticks zu gewinnen, aber ein richtiger Trend war einfach nicht da, war nicht zu sehen. Erst als er dann hier den Markt kaputt gemacht hat oder diesen Supertrend kaputt gemacht hat, da kam dann Bewegung rein. Wenn ich mir das anschaue, mitunter wird dann die Absurdität oder ja, Absurdität des Handelns einfach ein bisschen klarer. Das war gestern Morgen, genau das, was ich gesagt habe. Er ist hier hoch, Entschuldigung, er ist hier hoch, er ist runter, er ist hier hoch und dann war er in dieser No-Trade-Zone zwischen diesem und dem gefangen. Und das hat dazu geführt, dass hier und da nichts ging. Der eine war unten, der andere war oben und erst als er hier das kaputt gemacht hat, hat der Markt die Möglichkeit gehabt, nach unten zu gehen. Es gibt dann noch einen anderen Trick, in den Markt hinein zu gehen. Ich mache das immer, wenn ich in der Gegenbewegung zwei, über die 15 Minuten zwei rote Candles sehe, dann schaue ich mir an, ob der Short funktioniert und wenn ich zwei blaue Candles sehe, gucke ich mir an, ob der Long funktioniert. Das wird aber jetzt ein bisschen zu weit führen, das geht dann ein bisschen in die Tiefe. Als er den Markt oder diesen Supertrend hier kaputt gemacht hat, dann war auch die Möglichkeit da, hier an dieser Bewegung zu partizipieren. Aber auch da hat er den kaputt gemacht. Hier muss man gucken, ob man wieder reinkommt. Hier unten wird es natürlich ein bisschen tricky, weil Short ist er seit hier oben, wenn ich dann anfange, hier unten noch rumzumachen und zwar war das nur 681 bis hin zu 87, also 100 Punkte gefallen, mir hier unten endlich zu suchen, dann macht das dann Sinn, wenn ich hier oben dabei war und schon mal einen erklecklichen Profit mitgenommen haben. Gerhard Obst, nee, die Supertrendperiode ist nicht immer 10, die kannst du im Prinzip frei wählen. Die Standard, die, wie sagt man, die Allgemeinheit sagt, man nimmt eine 10. Ich habe festgestellt, dass inzwischen eine 9 und eine 10 kein großer Unterschied ist. Und man kann auch eine 11 nehmen, je nachdem. Am Ende liegt es daran oder erkennt man es daran, wie häufig trifft man Supertrend. Trifft er mit einer 9 häufiger oder trifft er mit einer 10 häufiger? Eine 10 hier beispielsweise bringt gar nicht so viel, weil die 10 aus diesem Bereich hier kommt. Ja, die funktioniert auch im Devisenhandel. Das kann man auch im Devisenhandel machen. Natürlich. Supertrends funktionieren über und immer. Ja, wir können uns vielleicht nachher mal einen Euro-Yen oder einen Pfund-Yen anschauen. Das sind sehr, sehr volatile, sehr volatile Produkte. Wenn ich hier eine 5 oder eine 3 nehme, dann variiert der. Warum? Weil aus der Eröffnung raus die 5 natürlich mit der hohen Volatilität, die aus der Eröffnung rauskommt, ganz andere ATR hat als eine 10er-ATR, wo ich vor der Eröffnung hier um 9 Uhr noch 10 andere Perioden habe. Also eine komplette Stunde, wo sich nicht so viel getan hat. Und dann ist die ATR natürlich geringer. Deswegen gibt es zwischen der 5 und der 10 mitunter Unterschiede. Ich habe aber gemerkt, dass eine 10 okay ist, das passt. Man muss trotzdem ein bisschen aufpassen, wenn die Vol hoch ist. Wir gucken, heute war die Vol ja extrem hoch hier. Dann gibt es schon Unterschiede da. Das ist ganz klar. Also wo es definitiv Unterschiede gibt, das ist in den höheren Zeiteinheiten wie den 15 Minuten. Man muss ja mal schauen hier. Wenn ich mir hier so einen Supertrend anschaue, Flansch funktioniert es jetzt nicht. Weht ihr das? In der 5 ist er im Short und in der 10 ist er im Long. Das liegt einfach daran, dass er bei einer 5 1, 2, 3, 4, 5, diese 5 Candles reinnimmt. Und bei einer 10 hat er diese 5 noch mit dabei. Die dämpfen ihn natürlich sozusagen. Deswegen kommt er hier weiter runter, weil die ATR geringer ist. Wenn ich nur die ATR dieser 5 Candles nehme, dann ist die Höhe die ATR und wenn ich dann sage Kurs Mitte minus 2 ATR, dann komme ich da oben raus. Also kann man nicht starr an dieser 10 festhalten. Man muss sich ein bisschen orientieren daran, was ist letztendlich möglich und auch immer mal ein bisschen hin und her spielen. Das Trading ist kein statischer Prozess. Das Trading ist ein dynamischer Prozess. Also wenn man einen Indikator hat, ist Dynamik erfordert. Das ist das ist wie ein Pilot, der der 777 fliegt. Der kann den Autopiloten einschalten, wenn das Wetter schön ist. Aber sobald ich Turbulenzen habe, sobald ich in den Regenfront reinkomme, sobald ich im Landeanflug bin, sobald ich irgendwo am steigen bin, dann muss ich einfach auf die Gegebenheiten da draußen, ob ich Seitenwind habe oder wie auch immer, ja, Tailwind oder der Wind kommt von vorne. Ich muss auf alles Mögliche achten. Und so ist es im Trading auch. Das Trading ist kein statischer Prozess. Deswegen verlieren viele Leute Geld. Sehr viele Leute Geld. Auf den Broker-Webseiten wird immer das Loss-Ratio der Retail-Kunden vorgegeben. Und das ist bei den meisten bei 75% aufwärts. Das heißt, viele Retail-Kunden, die meinen, vielleicht auch vom Handy aus dem Zug raus handeln zu müssen, unterschätzen den Markt und die Gegebenheiten des Marktes. Das ist flexibel, das Ganze. Das Wetter ist auch nicht immer das ganze Jahr gleich. Es gibt mal negative Temperaturen und es gibt mal hohe Temperaturen. Und da muss ich mich darauf einstellen. Bei hohen Temperaturen gehe ich nicht mit dem Pelzmantel raus und bei negativen gehe ich halt nicht in der Badehose raus. Und so ist es hier im Trading auch. Man muss immer ein bisschen drauf schauen und sich präparieren. Ich habe auch lange gebraucht, um auf diesen Trick zu kommen, aber irgendwann war mir dann letztendlich klar, wo ich sage, okay, die Fünfe, die sind hier, vielleicht nimmt einer die Fünf da draußen von irgendwelchen Maschinen, irgendwelche Hedgefonds oder wie auch immer und sagen, die hier ist oben, Freund, hier geht nichts mehr. Und bei einer Vier oder bei einer Drei, da wird es noch, da wird die Differenz noch größer. Aber klar, wenn ich diese drei Handles hier noch mit reinnehme, dann reagiert der natürlich komplett anders. Deswegen, Horst, glaube ich, oder? Oder Horst Gräuern hier? Nee, Gerd, Gerd, sorry, sorry, Gerd. Deswegen gibt es da keine Statik. Da gibt es nur Dynamik. Und Rainer, wenn du Devisen handelst, da fällt das Ganze nicht so auf, weil die Devisen keine Eröffnung haben. Hier eröffnet der Markt um neun mit dem Aktienhandel. In Amerika eröffnet er um 15.30 Uhr. Davor habe ich zwar vorbörslichen Handel mit Futures und allem drumherum, aber am Ende muss ich wissen, wenn der Gong schlägt und die Börse geht auf, was passiert dann? Reagieren alle Aktien so, wie sie in dem Future Price implizit drin sind? Oder spinnt einer mal ein bisschen und reist nach unten aus, weil er vielleicht auch schlechte Zahlen und so weiter gehabt hat. Oder irgendeiner sagt, nee, ich gebe jetzt mal ein Paket Volkswagen. Die Volkswagen sind bei der 112,50. Die waren vorhin, glaube ich, bei der 114. Und die sind nur, genauso wie die Autos, auf dem Weg nach unten. Der Markt ist trotzdem erst mal nach oben gelaufen. Aber trotzdem muss ich das einfach wieder einpendeln. Solche Spezifika habe ich natürlich nicht, wenn ich Devisen handele. Aber im Bereich des Aktienhandels oder Indexhandels muss ich da unbedingt drauf achten. Definitiv, dass es da zu Unterschieden kommen kann. Das heißt, ein bisschen Vorbereitung und auch mal gucken und während, ich meine von hier, wenn ich sowas sehe, lang genug bin ich ja dabei, dann weiß ich, das ist dann, pass mir da ein Supertrends auf. Da könnte irgendwas sein, was nicht so 100% ist, wenn ich diese 10 hier nehme. Also, es ist Dynamik. Und die Volatilität des Marktes spiegelt sich auch in der Volatilität der Indikatoren und wie man sie kalibrieren muss wieder. Das müsst ihr unbedingt mit ins Kalkül ziehen. Das ist aber bei allem so. Das ist beim RSI genauso. Wenn ich hier eine 14er-Periode im RSI habe, dann nimmt er mir diese, das ist ja so Standard-Einstellung, glaube ich, dann nimmt er mir hier 5, die hochvolatil sind. 5, die hochvolatil sind und nimmt mir hier noch 9 rein, die ein bisschen schläfrig sind. Ja. Also, wie gesagt, jeder hat für sich seinen eigenen Markt und ist auch ein Experte in einem Markt. Ich mag auch, früher habe ich 10 verschiedene Produkte hier gehandelt, weil ich gedacht habe, oh, das klappt ja toll hier mit den Supertrends und allem drumherum. Du bist überall dabei. Im Gold, in Euro-Dollar, in Single-Stocks, im, was weiß ich, im Bitcoin und so weiter. Am Ende heißt es, know your market, sich auf einen zu konzentrieren und auf die Spezifika eines Marktes. Das ist für mich das A und O. Denn im DAX gibt es pro Tag auf die Art und Weise, wie ich handle, 10, 20 Trading-Signale. Und sich darauf zu konzentrieren, um die nicht zu verpassen, das finde ich letztendlich das A und O. Also, es gibt keine Statik hier, es gibt nur Dynamik. Heute war es wahrscheinlich ähnlich, wenn ich den nehme, in den 15 Minuten. Da war er dann halt weiter unten. Aber er hat ihn zumindest mal nicht auf die, er hat ihn zumindest mal nicht auf die, die andere Seite gemacht. Da muss man, wie gesagt, aufpassen. Der Supertrend-Indikator, Josef, der kann, der ist bestimmt in deiner, in deiner Architektur des Metatraders irgendwo mit drin. Das ist er. Aber der Supertrend hat, das gebe ich zu bedenken, wenn der Standard-Supertrend benutzt wird, dann kriegt er Probleme. Weil der Standard-Supertrend in meinen Augen die Welt nicht unbedingt so wie sie ist, reflektiert. Deswegen habe ich meine eigenen Supertrends gebastelt. Aber der ist bestimmt im Metatrader 4. Metatrader 4 ist, hängt glaube ich dann von dem Broker. Nein, das mache ich nicht. Also Differenzen an RSI und Mark D und so weiter mache ich nicht. Wenn ich euch gleich zeige, wie ich handele, dann wird klar, dass ich, ich will das nicht. Jeder Trader hat und die 4 Millionen Trader, die es da draußen gibt, hat jeder seine eigene Art zu handeln. Ich habe mich konzentriert auf den Supertrend in den entsprechenden Über- und Unterkord und Zeiteinheiten auf dem Moving Average, weil der einfach eine Rolle spielt und auf den Viva. Und der Viva, der funktioniert sogar im Forex-Bereich. Da gucken auch einige Leute drauf, denn diejenigen, die Börsen gehandelt, Futures handeln für Pfund, Yen oder Euro, Dollar oder Kabel, also Pfund, Pfund, Dollar. Die handeln natürlich auf Futures und die gucken auch dort auf den Supertrend, äh, ach, den Supertrend, Entschuldigung. Sorry. Auf das Volumen und auf den Viva. So. Das sind die 15 Minuten. Jetzt kommen wir wieder zurück zu meinen geliebten 5. Wenn ich die 15 Minuten nehme und sage, okay, wenn ich die mit einer 5er Zeitperiode habe, dann bin ich hier oben, die waren hier oben, dann macht dieser Supertrend halt einfach auch mehr Sinn, ne? Warum man hier nicht oben drüber rausmarschiert ist. Ich habe mir als kleines Hilfsmittel noch einen kleinen Supertrend gebastelt und möchte mich sozusagen ein bisschen orientieren. Wo ich rein möchte, ist mehr oder weniger, wenn ich in den Supertrend reingehe, an das sogenannte Flip-Level. Das ist mir wichtig. Flip-Level ist hier bei der Flip und wenn ich sehe, dass dieser untergeordnete Supertrend hier an dieses Flip-Level drangeht, dann fühle ich mich wohl mit dem Short oder Long auf der anderen Seite. Das heißt, ich handle im Supertrend keinen Break. Es gibt einige, die sagen, man handelt das Break. Wenn der das Break macht, gehe ich mit Abschluss der Candle Short. Das wäre dann hier unten gewesen. Das will ich nicht. Ich möchte ein Pullback haben. Das klappt mal, natürlich, ja, wie hier auch nicht. Hier hat er geflippt, wie man hier sehen kann. Dann bin ich hier oben Long. Dann muss ich eine ganze Weile warten, ob der Markt dann, ja, Carsten, danke. Also da kann alles eingebaut werden. Ich möchte, wenn ich handele, ein Pullback und ich möchte ein Pullback, wenn er mir aus diesem Supertrend rausgeht, Minimum an diesen kleinen Mini-Supertrend, den untergeordneten. Das ist für mich eine Richtlinie, die ich habe. Und hier suche ich mir einen Entry in den Short. Nicht hier, nicht hier, nicht da, sondern ich möchte und deswegen habe ich mir diesen untergeordneten gebastelt hier hinein. Und das klappt in aller Regel ganz gut. Hier war schon was und bei diesem Ausbruch war morgens um 3.45 Uhr, ist aber auch hier draufgegangen. Hier ist mein, hier ist mein Entry Level. Hier gucke ich sozusagen, wie komme ich in den, wie komme ich in den Markt hinein. Hier genauso. Herr Kahn, TradingView, gibst mir noch ein paar Minuten und dann erkläre ich dir, wie das in TradingView aussieht. Ich habe nämlich als letzte Woche mein PC abgestürzt, das mit allem von mir rum und mein Trading-System abgestürzt ist, mich mit TradingView befasst, was ich sonst noch nie gemacht habe und habe es in der Tat geschafft, den Supertrend dort formelmäßig abzuändern und auch mein System zu portieren. Hier sieht man das, was ich gesagt habe. Er ist hier oben raus und wo suche ich mir meinen Einstieg? An diesem Mini-Supertrend. Hier. Nicht hier oben, nicht dort, nicht hier, sondern hier möchte ich reingehen. Am allerliebsten. Deswegen auf den großen, großen in Anführungszeichen, nochmal einen kleinen. Hier hat er das um, zum Beispiel hatten wir glaube ich gerade noch, um 3,50. Da hat er das auch gemacht. Ein bisschen schwierig wurde es hier in dem Short vorhin. Da ist er hier runter, der kam aber nicht mehr hierher zurück, so wie ich das ganz gerne hätte. Erst hier unten. Ja, ist halt schwierig, aber man muss halt auch sagen, es gibt Signale, die funktionieren dann einfach nicht. So wie ich sie will. Ich habe das für mich so definiert. Es gibt andere Leute, die haben es anders definiert. Ich möchte das ganz gerne so haben, weil ich möchte so nah wie möglich an dem Supertrend Long oder Short gehen, weil wenn er mir flippt in die andere Richtung, dann bin ich nicht hier oben Long und er flippt mir hier unten. Ich möchte hier und oder noch schlimmer, ich bin hier oben Long, habe vielleicht 10, 15 Ticks Stop und dann werde ich hier unten gestoppt, wo man eigentlich rein müsste, weil er hier dann anfängt aufzusetzen. Die Trader gehen hier Long und ich bin nicht mehr dabei. Ich habe das für mich so definiert. Ich möchte einen Ausbruch und ich möchte einen Pullback zurück an den. Und wenn das wie hier nicht erfüllt wird, könnte ich aus dem Trade draußen bleiben. Ja, heute Morgen hat er es perfekt gemacht. Wenn man die Nerven hat, dann hier oben reingeht und sagt, okay, erst mit dem Flip des Supertrends gehe ich wieder aus dem Markt raus und hat man hier einen richtigen Home Run erzielt. Von der 5, 10, 8, 56 runter auf die 38, das waren 120 Punkte. Wer so handelt, der kann das auch machen. Hier hat er im Prinzip das Gleiche gemacht in der Eröffnung. Er ist hier dran und hat geflippt, wo ist er hin? Entschuldigung, nach dem Flip, wo ist er hin? An diesen Mini Supertrend. Und das ist mein Entry-Levelin. Wenn es halt mal nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Aber der Markt gibt den ganzen Tag über diese 5 Minuten, die 15 Minuten Variante mannigfaltige Möglichkeiten, viele Möglichkeiten, in den Markt hineinzugehen. Das waren die 5 Minuten. Es geht aber noch weiter. Noch Fragen bis dahin? Erstmal keine mehr. Gut. Dann machen wir mal ein Stückchen weiter. Eine Frage war noch, was bedeuten die Hintergrundfarben? Das solltest du vielleicht nochmal kurz sagen. Wie bitte? Was bedeuten die Hintergrundfarben? Also grün bedeutet wahrscheinlich Long und Rot Short, aber in welchem Zusammenhang? Passt dann? Ja, die Frage war hier, was bedeuten die Hintergrundfarben? Das ist für mich eine gewisse Optik, um zu sagen, okay, innerhalb des großen Shorts haben die mir, das geht mir nur um die Optik. Das muss nicht unbedingt sein. Aber wenn er die Farbe dreht, weiß ich, okay, jetzt bin ich im Short. Der Markt ist Short, ich bin im Short. Ja, und im Prinzip sind die Hintergrundfarben an diese Supertrends gekoppelt. Das kann man ganz gut machen im hier auf im Nanotrader, in vielen anderen Plattformen wahrscheinlich auch. Aber so habe ich das für mich gemacht. Ich habe einfach gesagt, wenn er auf der roten Seite ist, dann soll er mir auch eine Hintergrund, also wenn die geflippt haben auf rot, dann soll er mir auch eine rote Farbe zeigen. Ganz einfach. Ist für mich in der Orientierung besser. Und wenn ich nachbearbeite, ich bearbeite meine ganzen Trades oder einen Tag, den arbeite ich immer nach, um die Qualität meines Modelles zu prüfen, die Qualität meiner Trades und so weiter halt auch zu prüfen. Und dann sehe ich auf den ersten Blick besser, ob ich im Long oder im Short gewesen bin. Einfach nur zum Reihenzoomen, okay, wie war der Markt hier, was hat er gemacht? Und das ist halt ein optischer Gimmick, ein optisches Hilfsmittel. Du sagst immer VWAP. Also ich bin mir sicher nicht jemand, jeder weiß, was ein VWAP ist. Also VWAP, Volume Weighted Average. Das ist ein Volume Weighted... Kannst du nur zwei kurz erklären, weil das kommt ja doch nicht das vor. Das ist ein sogenannter Volume Weighted Average Preis. Es gibt also den ganz normalen Moving Average. Der Moving Average wird berechnet aufgrund der Closings und des Durchschnitts von den Closings von x Perioden in der Vergangenheit. 10, 15, 20 oder wie auch immer. Dann nimmt man in aller Regel das Closing. Dann gibt es die Möglichkeit, das Moving Average ist der High ist, dann der Low ist, dann hat man so einen Kanal. Es gibt aber viele draußen, die Volume Trading machen. Es gibt ja etliche Anbieter da draußen, die so Prop Trading Firmen, die die Leute gewinnen wollen, Prop Trading für die zu machen. Und die haben fast alle, ich habe da auch mal mit ein paar gesprochen, einen sogenannten volumenbasierten Approach. Die lesen Volumen aus einer Kursbewegung aus und versuchen sich dann mit High Volume, Low Volume und allem drumherum, versuchen sie sich am Markt zu positionieren. Der VWAP ist nicht anders als ein Moving Average, der zusätzlich noch volumengewichtet ist. Das heißt, die Candle, sprich das Closing, wird nochmal, oder das Candle dieser Closing, wird nochmal mit dem Volumen, was dahinter steckt, gewichtet. Das heißt, in so einer Candle ist das Volumen wahrscheinlich höher als in so einer Candle hier. Es muss nicht unbedingt sein, wenn sich hier alle bekämpfen sozusagen. Aber ich habe mir gedacht, weißt du, braucht man das wirklich? Am Ende guckt der Markt aber drauf. Und es gibt auch diesen, wer war das? Den Namen nicht gelesen. Hallo? Ich handel auch den SMP. Alfred. VWAP ist nicht sehr aussagekräftig. Ja, das gebe ich recht. Ich finde es trotzdem nicht schlecht, weil hier steht, der Kurs läuft oft zum VWAP wieder zurück. Und das ist genau der Punkt. Wenn er zu weit vom VWAP weg ist, hat man vielleicht so einen magnetischen Effekt, wo ich dann auch weiß, vielleicht sollte ich aus meinem Short hier mal rausgehen, oder aus meinem Long rausgehen, wenn er einfach zu weit weg ist. Ich handel nicht auf VWAP. Ich gucke mir den halt auch nur an, als einer der Instrumente, der Instrumententafel in meinem Flugzeug. In meinem Flugzeug habe ich 20 Instrumente, auf die gucke ich alle. Eins alleine bringt mir nichts, aber es ist auf jeden Fall mal etwas, wo ich weiß, guck mal da drauf, das ist nicht schlecht. Und am Ende hat der heute Morgen hier mir schon ein bisschen bewiesen, als VWAP und Moving Average konkurrent oder fast aufeinander lagen, dass er eine gewisse Resonanz bei den Tradern da draußen hat. Aber ich gewichte das sozusagen mit dem Volumen. Ich persönlich habe festgestellt, ich habe da lange hin und her gebastelt, deswegen habe ich mir den selbst gebastelt und er stimmt mehr oder weniger auch über ein, dass die Länge einer Candle proportional ist zum Volumen, welches dahinter steckt. Und so habe ich statt dem Volumen die Länge der Candle genommen und habe das gewichtet in meinem VWAP. Ich nenne es VWAP, es hat aber mit Volumen nichts zu tun. Ich habe Volume durch die Länge der Candle ersetzt und habe gesagt, jetzt gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und habe das im Backtesting gemacht und war sehr erstaunt, dass die Korrelation bei 99 Prozent ist. Und auch die Trefferquote. Ich gucke mir oft in der amerikanischen Eröffnung Trader an, die hier Livestream und wie auch immer haben, die alle auf den VWAP, oder nicht auf den VWAP gucken, aber die sehr oft über den VWAP reden. Und wenn ich mir dann den Nasdaq hole, im DAX passiert das ja nicht, aber in den amerikanischen Werken, wenn ich mir dann den Nasdaq hole und gucke mir meinen VWAP an, mit dem, was da draußen als Volume-Based VWAP steht, dann ist es fast deckungsgleich. Also das ist eine Konkurrenz, die ist bei 95 Prozent. Und das reicht ja. Dadurch, dass ich nicht drauf handle, sondern es nur als zusätzliches Merkmal benutze, wo sich der Markt gerade befindet. Ob der jetzt bei der 15789 oder 92 ist, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich weiß aber ungefähr die Region, in der er sich befindet. Plus, minus, ein paar Ticks nach oben oder nach unten. Und wenn ich diesen Magnetismus, von dem der eine Teilnehmer hier auch gerade gesprochen habe, mit ins Kalkül ziehe, dann weiß ich, okay, er kann hier hochgehen. Aber handeln tue ich darauf nicht. Das mache ich nicht. Damit haben wir den VWAP erklärt. So, jetzt habe ich meine fünf Minuten hier. Jetzt gibt es, wenn ich schon hier meine Entry-Zonen definiert habe, wo gehe ich denn in den Markt rein? Und wann gehe ich in den Markt rein? Und jetzt kommen wir zu dem zurück, was ein Teilnehmer, Teilnehmerin hier gerade geschrieben hat mit der Minute. Ich nehme in der Tat die Minute. Und in der Minute sieht das bei mir im DAX so aus. Ich weiß nicht, ob welche, das ist im Übrigen nicht der DAX, sondern das ist der NASDAQ. Ich weiß nicht, ob einige dabei sind, die ich auch hier in meinem Telegram-Kanal habe, aber der Verwirrung halber mache ich es auch mal hier raus auf den ersten Blick. Es ist eine Minute. Ich gehe rein, wenn er an diese Levels angestoßen ist, wenn er mir hier in meiner Minute einen Flip macht und an dieses orange Level reingeht. Das ist mein Entry. 9 Uhr 28, das war hier oben dran. Er ist hier runter. Er ist hier oben dran. Ich handele also auch mit den Supertrends auf der Minute. Ich handele sogar auf die 30 Sekunden. Ich habe die 30 Sekunden jetzt mal ausgeschaltet. Ich habe das gezeigt, wie man die 30 Sekunden und die Minute, ich will es nicht so kompliziert machen, einen Konkurrent kriegt, aber ich bleibe jetzt einfach mal bei der Minute. Dann ist das mein Entry. Hier. Ups. Dort. Hier hat er geflippt sozusagen, ist hier rangegangen an diesen Orangenstein und hier stelle ich mich rein. Dann hat er mir hier einen Trade gegeben. Natürlich muss ich auch hier wieder raus, weil er dann auf die andere Seite gegangen ist. So handele ich zumindest. Das ist meine Art des Handels. Hier gehe ich wieder raus. Hier hat man die Möglichkeit, wieder reinzugehen, wenn dieses Kriterium erreicht ist. Nach dem Flip ist er hier oben irgendwo drangegangen und ich habe die Möglichkeit gehabt, mir wieder ein paar Ticks zusätzlich zu verdienen. Die Exit-Strategie ist ganz einfach. Er kann. Die Exit-Strategie ist, wenn er die Farbe dreht, gehe ich sofort wieder raus. Ich möchte während des Tages mit meinem Trading-System so oft wie möglich handeln. Was ist ein Flip, Werner? Flip ist flippen, die Farbe drehen. Wenn er flippt von grün auf rot, also drehen. Englisch flip, drehen. Wenn er dreht. Sorry. Ja. Ich möchte ein Anglizismen hier ergehen. Wenn er dreht, ich bleibe einfach mal bei dem Wort flip. Wenn er flippt, gucke ich mir an, wo mein Entry-Level ist und dann gehe ich hier rein. Dann gehe ich hier wieder raus. Dann gehe ich hier wieder rein. Dann gehe ich hier wieder raus. Ich gehe hier rein. Ich gehe hier wieder. Ich gehe hier wieder raus. Wenn ich im Long bin. Ich meine, er geht auch auf die andere Seite und man sieht, wie der Markt das einfach mitnimmt. Er geht hier raus, er geht hier dran, dann geht er hoch. Er flippt hier, er geht auf die andere Seite, er geht hier dran, er geht da hoch. Ganz genau das Gleiche. Er hat hier die Farbe geflippt und hier war ich im Short. 51 runter auf die 14. Nicht schlecht. Dann hat er den hier gemacht. Da gehe ich wieder raus. Ich gehe hier raus, Erkan, und warte auf den Entry. So, und dann hat er hier von der 835 runter, hat er sich nur an dem entlang gehandelt hier, auf die 791, mir nochmal 40 Ticks gegeben. Und so bin ich, hier bin ich wieder im Markt. Hier. Und hier. Hier muss man raus. Hier bin ich auch draußen. Hier ist der Markt nicht weit nach oben gekommen, hat sofort den Short wieder aufgenommen. Hier hat der Markt was gemacht? Er ist einfach mal von der 47 hoch auf die 75. Einfach mal 30 Ticks gelaufen. Ja. Er kann auch weiter. Farbendrehen bedeutet bei dir nicht korrigieren, Wechselfarbe, sondern flippen. Also flippen zu flip im Englischen ist drehen. Ich korrigiere nicht, sondern ich suche mir dann sozusagen in meinem Short hier. In meinem Short in den 5 Minuten. Der ist ja im Short. suche ich mir über die Minute auch Shorts. Das heißt, ich möchte die 5 Minuten im Short haben und ich möchte die Minute im Short haben. Ich handel dann nicht den Long. Hier haben die 5 Minuten auch wieder in den Short gedreht. Das heißt, innerhalb dieses Shorts in den 5 Minuten suche ich mir ab 13.35 Uhr den Short hier. Das hat auch bombig geklappt. Das war auch letztendlich eine Bewegung hier von der 72 runter auf die 0,5. Ich habe mir dieses System gebastelt über die 15 Minuten, die 5 und die 1 Minute aus folgendem Grund. Das habe ich eingangs nicht erwähnt, aber ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Das ist bei der Telegram-Gruppe beziehungsweise auch Live-Trades und Zoom-Webinare. Ich wollte jetzt erstmal damit anfangen, Herr Kahn, weil ich mache das auch noch nicht so lange hier beim Casten. Und wie ihr seht, oder pass auf, was ich vorher noch erklären wollte. Und ich habe für mich, ich habe zwar mein Leben an der Börse zugebracht, aber ich bin sehr dünnhäutig, was Verluste und Verluste aussitzen und weiter betrifft. Und ich habe gedacht, Christian, du brauchst ein System und deswegen habe ich lange gebastelt, welches mir gute Gewinne bei einem geringen Risiko bringt. Ich kann nicht eine Position 20 oder 30 oder 40 Punkte gegen mich laufen lassen. Es geht nicht. Es gibt Leute, die können das. Ich kann es nicht. Ich muss wissen, das ist mein Naturell. Lege ich richtig oder lege ich falsch? Und ich habe über diese Minutenvariante eine Möglichkeit gefunden, zu handeln nach meinem Risikoprofil. Ich bin nicht derjenige, der sagt, ich gehe jetzt hier rein mit massiver Size und wenn es mal gegen mich läuft, was soll's. Ich möchte hier reingehen und wie ihr seht, ist die Trefferquote an diesen Moving Averages immer sehr hoch. Es gibt mal Trades, wo man hier in so einem Bereich ist, wo es nicht funktioniert. Aber ich komme immer wieder in den Markt rein. Selbst wenn ich mal einen Verlust mache, ich komme am Tag immer wieder in den Markt hinein. Und wenn ich mal den Vormittag verpasse, weil ich nicht da bin, habe ich durch dieses Trading System die Möglichkeit auch immer wieder einzusteigen in den Markt, ohne groß zu gucken. Daher auch die Hintergrundfarbe, wo ich sage, Rot, okay Christian, konzentrier dich mal auf den Short, guck dir das einfach mal an. Aber dieses Trading System entspricht völlig meinem Risikoprofil. Völlig. Ich kann, wie gesagt, keinen Trade 25, 30, 40, 50 Ticks gegen mich laufen lassen. Wenn ich hier reingehe, dann setze ich mir einen Stopp von 10, 11 Punkten hier, gehe aber auch raus, ob der Stopp erreicht wird oder nicht, wenn der Markt dreht beziehungsweise wenn der Flip kommt. Werner war das, glaube ich. Wenn der Flip kommt, gehe ich raus und dann positioniere ich mich auf den nächsten Trade. Denn ich weiß nie, wie weit auch dieser kleine Ein-Minuten-Super-Trend mich trägt und hier seht ihr, er trägt mich von der 7,95 runter auf die 7,05. Schlappe 90 Ticks. Wenn ich da dabei bin und lasse den mitlaufen, auch als Trading Stopp, dann bin ich der König. Dann habe ich hier, wenn man sich nun mal diesen, wenn man sich nun mal die Roten anguckt, hier ein Winner gehabt, hier ein Winner gehabt, hier ein Winner gehabt, hier ein Winner, hier ein kleiner Verlierer, hier ein kleiner Winner, hier ein Winner und hier ein großer Gewinner. Ohne jetzt die Grünen mit ins Kalkül zu ziehen. Das war alleine jetzt von der 10 Uhr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Signale. Davon ein kleiner Perrecker, wenn ich das mal zu sagen habe. Muss mal wieder hier, woher ist das? Ja. Ja. Ja, ich habe das im Übrigen bei dem Heldental Achim. Ich habe das bei dem Heldental auch gemacht und habe mit denen ein bisschen gesprochen. Die haben mich aber gleich rausgeschmissen, weil ich glaube ich sagen kann, mit 1991 habe ich das Trading angefangen. Ich habe denen ein paar Fragen gestellt, die die noch nicht beantworten konnten. und habe dann halt ein bisschen auch mit der Erfahrung weiter zu tun gehabt. Aber unabhängig davon, das ist mein Risikoprofil, was ich habe. Und durch die Möglichkeit während des Tages oft in dem Markt drinnen zu sein und durch dieses, ich habe wirklich, wie ich eingangs gesagt habe, vielleicht haben schon einige gedacht, naja, so schwer ist es dann jetzt doch nicht und dann weiter. Aber ich habe wirklich lange daran gearbeitet und probiert und auch mein eigenes Geld gesetzt. Für mich ist das die Möglichkeit zu handeln. Ich komme während des Tages oft rein, ich habe ein geringes, ein geringes, ein geringes Risiko, ich habe aber eine hohe Chance. Wenn ich alleine nur dieses Risiko zu der Chance berechnen, da bin ich im Optionsbereich. Viele kennen sich vielleicht mit Optionen aus. Ich zahle eine Prämie und hoffe, dass der Kurs, wenn ich einen Call habe, also eine Kaufoption, nach oben geht. Und wenn ich einen Putt habe, nach unten, zahle ich eine Prämie in der Hoffnung, dass der Markt sich so weit bewegt, dass ich meine Prämie zigmal raushole. Das kann man machen und dazu braucht man Zugang zum Optionsmarkt. Der ist natürlich auch nicht billig und dann habe ich mir gedacht, ich möchte sozusagen die Optionen, Tages-Intraday-Options im Prinzip könnte man das nennen, ich möchte das replizieren. Ich möchte so oft wie möglich hier in diesen Markt hinein. Wenn ich immer wieder die Short-Seite handele, so wie hier, dann komme ich auch während des Tages in den Profit. Hier muss man sich natürlich überlegen, auch wo gehe ich in den Markt heim. Gehe ich wie hier unten in jeden Markt rein, wenn der Markt schon hier so weit unten ist. Er ist hier runter, er ist um 15.19 Uhr, hat er ein Pullwerk gemacht. Wo sind jetzt meine 15 Minuten? Ja, hier hat er das natürlich nicht mehr gemacht. Hier waren die Super-Trends kaputt. Hier bin ich dann aus dem Markt draußen einfach. Hier könnte man es eventuell noch mal probieren, nachdem er diese Bewegung gemacht hat. Dann hat er diese Bewegung mit der amerikanischen Eröffnung hier nach oben gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was der Nasdaq gemacht hat, aber wahrscheinlich hängt es damit ein bisschen zusammen und ist dann wieder in sich zusammengefallen. Hier habe ich kein Signal, weil die Großen sind zwar auf der Short-Seite, die Langen sind umgekehrt. Also die Großen Super-Trends sind auf der Short-Seite, die Kurzen hier, meine, an denen ich mich orientiere, ist auf der Long-Seite. Jetzt hat er gedreht. Da muss man dann halt auch mal sagen, dieses Signal hier, so schön wie es aussieht, war halt dann auch mal keins. Es gibt bestimmt Trader, die setzen sich hin und handeln den ganzen Tag nichts anderes als dieses Modell. Dann ist es denen egal, ob ich hier einen Loser mache oder hier mal einen kleinen Gewinner. Die handeln wie bei einem Blackjack. Sie sitzen am Tisch und handeln 150 Mal. Und das ist aber nicht mein Ding. Ich möchte, dass dieser Setup stimmt. Also das muss in sich harmonisch sein. Ich brauche diese Harmonie meiner Super-Trends, der Moving Averages und natürlich auch dem, was hier steht. ist auch sehr dünnhäutig, aber man kann auch mal 50 Pips im Minus sein. Das bin ich halt nicht, weil 50 Pips im Minus ist für mich eine Bewegung, die möchte ich am Tag verdienen. Ich meine, wenn ich alleine nur mal die Tatsache, ich setze ein Euro pro Punkt und ich schaffe über dieses System hier 200 Punkte rauszuholen im Markt. Das ist 200 Euro. Könnt ihr euch hochrechnen, was das im Monat bedeutet. Und ich möchte die 50 Punkte einfach, ich möchte die 50 Punkte halt einfach verdienen. Was war das für eine Bewegung von der 27 runter auf die, das sind genau 50 Punkte. Wenn ich hier jetzt long bin, dann weiß ich, ich muss hier raus. Also ich halte das nicht aus. Und ich finde auch, ich finde auch, dass das Modell an sich so viele Möglichkeiten bietet, genau an diesen Bewegungen dann halt teilzunehmen. Ich muss nicht warten, jetzt ich hier 50 Ticks auf der Nase lege, um zu sagen, okay, jetzt geht wieder runter. Weil die 50 Punkte müssen erstmal wieder kommen, damit ich plus minus null bin. Dann brauche ich nochmal einen, um im Profit zu sein. Das ist nicht meine Art zu handeln. Und ich habe dieses Modell für mich eben so entwickelt, dass es mir, dass es mir genau sozusagen meine Psyche widerspiegelt. Geringe Einsätze oder hohe Einsätze. Ich kann hier auch ein Kontrakt setzen, 5 Euro pro Punkt. Was ist mein maximales Risk? 50 Euro oder 55, wenn ich 11 Ticks nehme. Welche Möglichkeiten habe ich hier? Was kann ich hier verdienen an so einer Bewegung? Ich meine, das waren 100 Punkte, das sind dann 500 Euro. Jeder mit seinem eigenen Risikoprofil, was er machen möchte. Ich kann auch 50, also 0,50 Cent setzen. Wenn das Ding 11 Punkte gegen mich läuft, sind es 5,50 Euro. Aber wenn ich diese Dinger hier mitnehme, dann komme ich an dem Tag, über den Tag hinweg, wie so ein Eichhörnchen, auf meine Punkte. Das funktioniert. Ich mache das, das ist also nicht nur heute so, sondern das ist die ganze Zeit so. Und in meinem Channel habe ich das eben auch schon so oft und wie oft anhand von Videos gezeigt. Das Problem bei der ganzen Sache ist, wenn ich Signalgeber bin, dass ich hier, nein, das ist eine Minute. Ich habe hier wirklich nur eine Minute Zeit, an diesem Ding hier in den Markt reinzugehen. Hier hat er mir mal ein, zwei, drei Minuten die Möglichkeit gegeben. Aber so oft geht er wie hier, Entschuldigung, geht er hier raus, da hin und bumm, geht er in die andere Richtung. Das heißt, wenn man dieses Modell ein bisschen verinnerlicht hat und sich das nachbasteln kann, das Ganze, dann ist das, dann kann man das ruhig auch selbst anwenden. Nee, Wolfgang, ich gehe nicht nur Short, ich habe jetzt einfach nur mal den Short gezeigt, weil der Short im Moment gerade hier läuft. Ich gehe dahin, wo der Markt, wo die kurzen Supertrends, wo sind meine fünf Minuten? Wo meine kurzen Supertrends mir, ich meine, hier jetzt mit VWAP und Moving Averages und dem übergeordneten, den 15 Minuten, 15 Minuten sind im Short, gehe ich natürlich auf die Short-Seite, klar. Aber wenn die mir auf die Long-Seite gehen, dann bin ich auf der Long-Seite. Nur hier hat es heute Morgen keinen Sinn gemacht, auf die Long-Seite zu gehen, wo ich gedacht habe, vielleicht sieht er noch mal das High, aber der Supertrends sagt nein. Er sagt einfach, bleib da draußen. Du kannst in den Markt hineingehen, wenn er flippt. Das ist, natürlich kann der Markt ab hier, wenn er hier unten ist, dann mal nach oben gehen. Klar, ja. Und hier war eben noch mal eine Frage von, wie viele Trades machst du? Geht das vollautomatisch? RK. Ich mache so viele Trades, wie mir der Markt anhand meines Trading-Systems gibt. So oft, wie ich am Platz bin. und das geht mit Sicherheit vollautomatisch. Ich bin aber kein Freund von vollautomatischem Handeln. Allerdings, ich drücke gerne selbst auf den Knopf. Das ist zwar auch immer während meiner Karriere im Investmentbanking von diversen Banken so, ich habe einen Telefonhörer in die Hand genommen und habe gesagt, ich will den Trade machen. Hier möchte ich selbst auch draufdrücken. Man könnte das machen, ich bin aber kein Freund davon. Automatischer Handel hat einen Vorteil. Klar, man schaltet salopp gesagt die Birne aus. Ich habe in meinem Telegram-Kanal jetzt ein paar Mal gesagt, ich verstehe nicht, warum der Markt gestern auf diese Zahlen, auf diese schlimmen Zahlen, die rauskamen, hochgegangen ist. Er ist hochgegangen. Und dann bin ich in den Long, weil ich mir gesagt habe, der muss doch runtergehen. Bin ich in den Long nicht reingekommen. Obwohl ich, wenn ich das gemacht hätte, eine Tonne voll Geld verdient hätte. ein vollautomatisches System, ein Roboter, der denkt da nicht drüber nach, der geht halt einfach mit. Und wenn man cool genug ist und zu sagen, okay, die Zahlen waren zwar Müll, aber der Markt ist nach oben gegangen, ja, dann ist es halt einfach so. Kommen wir hier zurück in den, ah ja, ja hier, das war gestern. Da habe ich noch gesagt, Tendenz schwach. Da ist er aus der Eröffnung raus an diesem Supertrend hinterhergelaufen. Hier kamen die Franzosenzahlen, die waren schon katastrophal. Da habe ich gesagt, okay, Tendenz schwach. Da hat irgendwo einer in dem, im Chat hat noch hier so, okay, wirklich, ja, okay, die Frage ist ja, die Frage ist ja berechtigt. Aber er ist trotzdem an diesem Supertrend, an diesem Gründen, hat er noch nicht kaputt gemacht, ist er hier nach oben gegangen. Die Zahlen waren grottenschlecht. Und erst als er hier oben war und mit dieser Candle hier alles Longs wahrscheinlich rausgenommen hat, beziehungsweise die Shortstops, da ist er dann runtergegangen. Da habe ich gesagt, okay, gut. Also gehe ich hier mit einfach und schalte den Kopf aus. Profit. Auf dem Weg zurück hat er geflippt. Werner? Geflippt. Und ist hier an dieses Level drangegangen. Dann ging er runter. Dann hat er mir hier ein bisschen Profit gegeben. Hier hatte ich den Short rausgeschrieben und habe gesagt, ich gehe jetzt hier Short, weil ich dachte, okay, der Markt hat das gemacht, das gemacht, Pullback gemacht und jetzt geht er jetzt geht er Short und bin hier rein auf der 53 und bin aber hier auf der, ich habe hier einen kleinen Moment gewartet, auf der 53 auch wieder raus, weil ich gesagt habe, der Trade funktioniert nicht. Was er dann im Verlauf gemacht hat, obwohl die Zeichen auf Sturm stehen, ist einfach das. Und wo diese Bewegung dann herkam, ich meine, der ist hier hoch von der 53 hoch auf die 94, hat 40 Ticks gemacht, einfach so. Das kriege ich dann in meinen Kopf nicht rein. Ein automatisches System sagt, Christian, hier ist dein Level, dort, hier gehst du rein, mach einfach mit. Tja, man kann das machen. Mit diesem System, muss ich dazu sagen, sollte man das sogar machen, weil das Risiko beschränkt ist auf was? Auf 10, 11, Pünktchen hier oder sowas in der, in der Richtung. Nehmen wir diese Bewegung, nachdem er dann hier oben war, weil ich gesagt, jetzt ist er im Long, geht er vielleicht weiter, wenn ich hier drinne bin. 87 ist er runter auf die 79 mit ein bisschen Erholung, habe ich 7 Ticks verloren. Okay. Im weiteren Verlauf hat er was gemacht? Er hat geflippt, ist hier drangegangen, hat nie wieder gebrochen und ist hier runter. Hier hat er das wieder gemacht, hier hat er das gemacht und weiter. Also wenn ich wirklich nur auf diese Sachen handle, hier auch, er geht hier raus, ich kann mich nicht dagegen stellen. Hier habe ich gar keinen Einstieg mehr bekommen, hier oben vielleicht irgendwo, aber die Bewegung war auch von der 63 hoch wieder. wieder 30 Punkte. Also, jetzt ein paar neue Fragen hier. Wie hoch ist meine Trefferquote? Ja, meine Trefferquote ist im Prinzip das, was ich hier, das, was ich hier euch zeige. Wenn ich ständig dabei bin, kriege ich meine profitablen Teils am Tag, am Tag hin. Ist natürlich auch immer die Frage, ob man in der Lage ist, das hier in so einem Trading Stop mitzuhandeln. Aber bin ich Long, gehe ich hier mit und bin ich Short, gehe ich halt einfach hier mit. Jetzt kann man ausrechnen, wie hoch die Trefferquote ist. Wie hoch die Trefferquote ist, ich würde sagen, sie ist bei über 80 Prozent in diesem Trading System. Es gibt immer mal, es gibt immer mal Verlierer, aber die Verlierer sind halt einfach auch gering. Ja, also pass auf, Wolfgang, den Stop Loss ziehe ich per Hand nach, weil ich kein automatisches Trading System habe. Das mache ich. Erkan, Candlestick, Hammer, Engulfing, mache ich nicht. Ich gucke auf diese Sachen hier und das reicht mir. natürlich gucke ich auch mal auf, wie heißen diese Dinge, Dojis und da weiter. Wenn ich so ein Teil hier, ist mal hier irgendwo einer, wenn ich mal sowas hier sehe, Low, Doppel Low und es geht in die andere Richtung, also sowas gucke ich mir, sowas gucke ich mir schon an. Aber jetzt rein auf diese, diese, ich habe noch ein Konto bei CMC Markets, da gibt es glaube ich 45 Candle Formationen und da weiter. Das ist mir zu viel. Ich habe für mich festgestellt, dass der DAX so viele Möglichkeiten während des Handelstages bietet, dass wenn ich ständig dabei bin und wie alle Handler genug habe und habe ich nach 12, nein, von 9 bis um 12 habe ich erstmal genug, weil man ist doch ständig konzentriert. Das geht und ich gucke mir natürlich schon an, jetzt hat er hier da wieder eine Bewegung zurück gemacht, ob das dann ein Einstiegssignal ist hier oder halt auch nicht. Es gilt zu beobachten, die ganze Zeit. Und ja, was ist das hier nochmal? Klar gucke ich mir so ein Ding an hier. Der ist hier raus und hat so ein riesen Docht dahinter lassen. Ich habe aber schon festgestellt, dass das mit unter dem Markt egal ist. Da kann der Docht noch so lang sein. Er geht irgendwann mal wieder da hoch. Wenn die Wölfe alle wollen und die Hygiene, dass der Markt hochgeht, dann ziehen die halt einfach. Dann ziehen die halt einfach auch mit. Ich gucke da drauf, aber ich handel nicht da drauf. Ich handel nicht da drauf. Ich bin da mit 100% zufrieden und stehe auch 100% dahinter. und das ist für mich das A und O. Welche Märkte handelst du? Ja, wie gesagt, ich handel hauptsächlich den DAX. Wir können uns ja mal nachher auch ein bisschen eine Währung oder jetzt gerade mal eine Währung anschauen. Ich habe meine Supertrends dahingehend aufgebohrt, dass ich hier hinten ein Spread habe. Ich möchte ein Minimum-Spread haben, den der Markt sich bewegen muss, damit der Supertrend anschlägt. Wenn ich jetzt hier mal eine Null reinmache, hat es jetzt hier keinen Unterschied gemacht, weil er immer die 11 als Minimum-ATR gehabt hat. Wenn ich mir allerdings, jetzt kommt es, Achtung, seht ihr das? Wenn ich mir die außerbörsliche Zeit anschaue, dann möchte ich, dass er eine 11 macht. Und anscheinend machen das viele andere auch so, weil dann kriege ich Stabilität hier in die Supertrends hinein. Wenn ich die Supertrends so handele, in den sozusagen Off-Peak-Hours, also außerhalb der Haupthandelszonen, dann geht die ATR nach unten, so wie wir das vorhin in den 15 Minuten gesehen haben. Und dann bringt es nichts, außer wenn ich auf die... Jetzt habe ich das von Alfred gelesen und meine Worte vergessen. Ich will, wie gesagt, meine Minimum-ATR hier haben, weil wenn der alle Nase lang anschlägt, nach drei oder vier oder fünf Punkten, weil die ATR so niedrig ist, dann wäre ich irre. Und dann kriege ich auch vier Millionen Fehlsignale. Das geht nicht, deswegen. So, wenn ich jetzt allerdings hier... Wir machen mal eine 0 rein, weil wenn ich hier eine 11 drinne lasse, dann kann ich die Währung natürlich vergessen. Wir gucken uns einfach mal heute den Guppy von Yen an. und dann lassen wir mal draußen hin, damit es nicht verwirrt. Aber auch der hat eine hohe Trefferquote hier, wie man hier sieht. Hier entlang, hier, wenn er mal auf die andere Seite geht. Darf ich mich nicht dagegen stellen. Hier kann ich wieder rein in den Markt. Hier. Das ist halt kein Trading-Signal für mich, weil ich möchte, dass er, wenn er den Pullback macht, an diesen anderen hier oben dran geht. oder wir sagen ganz einfach mal, es war ein Fehlsignal. Euro-Dollar und Gold handel ich nicht. Das mache ich nicht, weil Euro-Dollar bringt mir nicht genug Bewegung und Gold ist vielleicht auf einen Dollar oder zwei Dollar. Da kann man das machen. Da kann man das machen. Aber das ist der Guppy. Im Prinzip hangelt der sich auch an diesem Supertrend entlang. Seht ihr also auch, es klappt auch, wenn man sich damit befasst mit dem Markt, eins zu eins befasst mit dem Markt, dann klappt das mit Sicherheit. Aber dazu müsste ich mich auf den Guppy konzentrieren. Das heißt, vom DAX auf den Guppy, also Pfund Yen zu schwenken, das macht halt keinen Sinn, weil ich möchte den Markt dann schon die ganze Zeit verfolgen. Auch gucken, was dahinter steckt. Kam da jetzt Wirtschaftsdaten raus, ja oder nein und wie auch immer. Machen wir den DAX wieder oder wir können uns ja mal den Nasdaq anschauen, was der jetzt gerade gemacht hat. Wie groß dein Risiko bei meinem System? Ja, wie ich dir gesagt habe, Alfred, ich setze meine 11 Ticks als maximalen Stop und ziehe den dann einfach hinterher. Beziehungsweise wenn die eine Minute dreht, bin ich auch raus aus dem Markt. Ich muss die 11 Ticks Stop nicht ausreizen, wenn ich merke, erdreht und ich komme mit einem Punkt Verlust raus, gehe ich auch raus. Ich mache das nicht, ich setze mir keine Profit Targets, das machen ja auch einige Leute, die Profit Targets setzen, woher weiß ich, dass mein Profit Target erreicht wird. Das weiß ich dann, wenn mein Supertrend mich da runterführt, aber wenn das nicht der Fall ist und erdreht vorher, dann kann ich nicht warten, bis mein Profit Target erreicht ist, weil er kann in die andere Richtung ziehen. Also bin ich halt ständig im Markt drin und sage, Trailing Stop über den Supertrend und dann gehe ich halt einfach raus. Man darf nicht vergessen, mal nach 10, 15 Ticks vielleicht auch ein Partial zu nehmen, zu sagen, wenn ich mal im Profit bin, möchte ich zumindest nicht mehr mit einem Verlust rausgehen. Daher ist ein Partial dann auch ganz wichtig, aber mein Risiko ist wirklich begrenzt, wie ich vorhin gesagt habe, meiner Psyche entsprechend auf ein paar Ticks. Wenn ich einen Kontrakt handel, ja, handel ich, bin ich bereit, 50 Euro aufzugeben, aber ich bin nicht bereit, 500 Euro aufzugeben oder 120 oder 150, weil da muss ich lange verspricken mit meinem System, bis ich die Kohle sozusagen wieder reinkriege und das ist nicht mein Ding. Ich ernähre mich eben lieber mit kleineren Trades und das häufig. Im Übrigen, Erkan war das. Erkan, dann wirklich habe ich noch etwas. Als mein Trading-System ausgefallen ist, habe ich das auf TradingView, da habe ich mir die Pro-Version geholt, da habe ich mir das nachgebastelt, das ganze Ding. Ich weiß nicht, wer TradingView hat, ich mache das mal hier raus, damit man das ein bisschen besser sieht. Hier die Minute, auch farblich sozusagen, hinterlegt. Hier die 15 Minuten und ich habe diese Supertrends in dem Script so abgeändert, dass sie meinen Supertrends entsprechend zu 100%. Das heißt, das, was ihr hier seht als Version, ist 100% Abbildung meines Trading-Systems auf BHS Self-Invest. Dazu bedürft es aber, dass ich die Supertrends in ihrem Script ein bisschen geändert habe. Aber auch hier sieht man das halt sieht man das halt schön mit den entsprechenden Einstellungen. Ja, das Buy-Sell, das muss man einfach mal rausmachen. Ich weiß jetzt nicht, wer von denen da das Buy-Sell hat. Und dann weiter. Hier seht ihr die 5 Minuten. Das wird euch an das erinnern, was ich euch in meinen 5 Minuten erzählt habe. Hier genau das Gleiche. Also das entspricht dem sozusagen zu 100%. Nur wenn der Datenfeed stimmt, Alfred, der Datenfeed, ja, es geht aber um die Reagibilität beziehungsweise das, was er anzeigt. Wenn der, ich interpretiere das mal, ich interpretiere das mal so, wenn der hier, der Pepperstone, 5 Punkte weg ist von dem WH Self-Invest, aber konstant 5 Punkte weg ist, dann ist, dann ändert das ja nichts an der Qualität des Signals. Das Signal ist immer das Gleiche. Der ist dann einfach 5 Punkte höher, wie ich den dann handle. Das machen die Broker sowieso alle unterschiedlich, weil sie damit Intransparenz generieren wollen, weil die hedgen sich ja mit dem Future. Und deren CFD entspricht nicht immer dem DAX-Index. Die müssen ein paar Punkte dazwischen haben, um sich hedgen zu können. Das heißt, wenn zu viele Leute kaufen, muss der sich hedgen, dann muss er den DAX-Future geben. Das macht er natürlich dadurch, dass er hier ein bisschen intransparent hat. Das heißt, man kauft immer teurer und verkauft immer billiger als das, was der DAX anzeigt. Damit holen die sich nochmal zusätzlich ein bisschen Profit rein. Hier wird suggeriert, wir haben eine Einpunkt-Geld-Briefspanne. Aber es ist natürlich versteckt mehr, weil die mit einem Punkt nicht arbeiten können. Das ist dann halt einfach, das ist dann halt einfach mehr. Aber wenn ich immer fünf Punkte sozusagen konstant weg bin, dann leidet Ah, das ist ein guter Punkt. Bei wer? Sehr schön. Das sind Datenfield-of-Trading, die umstellen, wenn man will. Okay, das weiß ich nicht. Das war ein guter Punkt, interessanter Punkt. Aber ganz ehrlich, ich bin damit zufrieden, weil meine Signale Trefferquoten haben. Ich handele ja über CMC Markets, gebe ich ganz offen zu, und über WH Self-Invest, aber da gibt es mitunter drei, vier Punkte Unterschied. Nur wenn diese drei, vier Punkte konstant sind, dann kaufe ich dem CMC Markets drei Punkte höher, er geht aber dann sozusagen mit diesen drei Punkten und auch die gleiche Distanz mit und nach unten halt ganz genauso. So, und so habe ich auf dem Pepper, oder Pepperstone hätte ich beinahe gesagt, so habe ich auf dem TradingView mal mein System einfach nachgebildet. Und das ist die Minute, upsala, das ist die Minute, das sieht man dann halt auch schön mit den beiden Supertrends, die ich habe, dem kleinen und dem großen. und wie das halt wie das halt auch bei damit funktioniert. Natürlich ist hier dann irgendwo Geräusch drin, aber das hatten wir bei mir, das hatten wir hier bei bei mir, oh, war die Minute, mal wieder finden das Ding. Das glaube ich, ne, war die Minute. Das Ding hier, genau. Also das habe ich ganz genauso wie der TradingView. Hier muss man wissen, auf diesem Level war der Markt gefangen zwischen Warte, das hier? Sorry, bei diesem ganzen Schirm komme ich mit der Zeit ein bisschen durcheinander. 12.18 Uhr war das. Ja, 12.18 Uhr war er halt einfach hier zwischen dem Long auf den 5 Minuten und dem weiteren Short auf den 15 Minuten hier um 12.18 Uhr gefangen. Und dann kommt sowas halt einfach raus. Der eine Händler handelt auf die 15 Minuten, der andere handelt auf die 5 Minuten. Der eine will hier Long gehen, der andere will Short gehen, der will wieder Long gehen, der andere will wieder Short gehen. Und daher kommt dann halt so etwas. Das ist keine Harmonie. Ich habe sozusagen zwei Tradergruppen, die 15 Minuten Tradergruppe und die 5 Minuten Tradergruppe, die sich hier sozusagen bekriegt. Dann muss ich erst wieder warten, bis alle auf der gleichen Seite sind, damit wir alle Short gehen oder alle Long gehen. Deswegen dieses, was ich vorhin auch erwähnt hatte, diese sogenannte No Trade Zone. Das ist eine No Trade Zone. Hier kann ich rummachen, so viel wie ich will. Am Ende hat, wie man hier sieht, der Long geklappt und weiter. Das heißt also, die 5 Minuten haben gewonnen, wenn man das so will. Aber ja, ich bleibe da eher draußen. Und vorhin kam die Frage auf, automatisches Handeln dann muss ich meinem Trading System und das geht bestimmt vorgeben, wenn die 15 stimmen, wenn die 5 stimmen, wenn die Minute stimmt, dann gehst du Long oder Short. Wenn das nicht mehr stimmt, dann machst du eben einfach nichts. Es gibt vielleicht noch Trading Systeme, die sagen, ich habe jetzt nur die 5 Minuten, der geht dann da in den 5 Minuten Long. Anderer sagt, ich gehe jetzt hier Short und dann kommen halt diese Bewegungen hier. Und in solchen Bewegungen zermirkt man sich, wenn man sich hinterfragt, warum geht es nicht und in aller Regel verliert man halt einfach auch Geld. Wenn man allerdings auf die Charts guckt und sagt, okay, es ist eine sogenannte No Trade Zone, warte einfach, bis sich das harmoniert und alles wieder auf einer Seite ist, dann ist das halt einfacher, dann ist das halt einfacher zu handeln, das Ganze. Und, ja, das war jetzt auch eine Bewegung runter, von der 24 auf die 31, seit wir hier reden, von 16 Uhr bis jetzt, also 90 Punkte. 90 Punkte, wie ihr seht, mit einem Risiko von, wenn man nicht einmal unter meinem, oder über meinem, meinem Einstand hier, wenn ich mich hier reinstelle, wenn ich mich sogar mit sechs Punkten oder sieben Punkten hier reinstellen, dann funktioniert, dann funktioniert das halt einfach auch, weil zu viele Leute das mitmachen, das Ganze. Ich will mal kurz unterbrechen, lieber Christian. Maschinen sein, die das mitmachen, weil die Trefferquote ist A hoch und es geht schnell. Eine Maschine ist innerhalb kürzester Zeit drin. Der Mensch muss gucken, sind wir jetzt an diesem Level und dann da drauf drücken. Aber die Maschinen sind einfach schnell. Deswegen, dieses Level zu erkennen, sich vorzubereiten, drauf drücken, Stop setzen, handeln, das ist gut. Aber er bleibt halt nie lange dort, wirklich, wirklich nicht. Wenn ich jetzt auf 240 Minuten handele, dann kann ich sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Einstieg und dann gucken wir mal und weiter, zehn Punkte höher oder zehn Punkte niedriger, ist eigentlich egal, weil ich ein Target habe von 120 Punkten, dann ist das etwas anderes. Aber das ist sozusagen Sniper, Scharfschützen-Business. Die Leute gehen hier rein, hier und sofort. Hier sieht man es auch immer, wenn er hier dran geht, auch anhand von so einem Wig, sehe ich mir ganz gerne, er geht hier hin mit diesem Wig und der nächsten roten Candle weiß ich, okay, die Leute gehen einfach hier rein, die gehen einfach in den Chart und am Long mit diesem System ganz genauso. Christian, ja, ich will mal kurz unterbrechen, wir haben ja jetzt eine Dreiviertelstunde oder gut eineinhalb Stunden schon gemacht. Ja. Es sind noch immer 47 Leute dabei, finde ich super. Immerhin. Immerhin, genau. Es ist ja sehr theoretisch und auch anspruchsvoll, aber es scheint ja einige dann doch zu interessieren, die dabei bleiben. Bei dem schönen Wetter und der Wärme würde man das ja nicht machen, wenn das nicht das Thema interessant ist. Wir haben ja heute auch, wie es aussieht, einen guten Tag erwischt. Dax, der scheint ja da ein bisschen wegzukrashen. Das ist ja noch, ich will wissen, es ist noch nicht mal 4 Uhr, oder? Achso, 5 Jahre. Also der Tag ist noch lang, da kann noch viel passieren, gerade bei den Amis. Wie ist jetzt dein weiterer Plan, nur dass man jetzt mal vielleicht sagt, wie lange machen wir heute noch oder wollen wir einen zweiten Termin machen, was ich fast besser finden würde, nächste Woche, wo du dann vielleicht mal Praxis zeigst, weil jetzt, ich finde, das wird dann zu viel. Man ist dann irgendwann nicht mehr aufnahmefähig. Also das ist jetzt meine und für dich auch. Das ist ja auch, du erzählst ja und so weiter. Lieber einen neuen Termin machen irgendwann vielleicht und dann mal mit Live-Training, würde ich vorschlagen. Ich würde es fast auch vorschlagen, weil jetzt in das Lauftrading zu gehen, können wir machen, jetzt ist der Markt natürlich schon gelaufen, aber nächste Woche alle 49 oder paar 60, die da waren, frisch dabei und wir gucken uns das mal im Live-Trading an, das Ganze. Das wäre natürlich besser, als jetzt, wo der Markt wahrscheinlich, was hat denn der Nasdaq? Wir haben ja die Aufzeichnung, das heißt, die neuen Leute müssten sich die Aufzeichnung anschauen. Oh mein Gott, guck mal hier Leute, Entschuldigung, Karsten, was ist der Nasdaq? er gemacht hat. Von der 294 hat er jetzt 300 Punkte abgegeben. Wenn wir jetzt ins Live-Trading gehen, dann glaube ich, haben wir hier eine Bombenchance, haben wir verpasst. Kannst du denn, du machst ja keine Einschätzung, wie weit der Markt jetzt gehen könnte, mit Kursziele oder sowas irgendwie anhand von Charts zu gucken, wo er hingehen kann, sowas machst du nicht. Lässt dich vom Markt leiten. Was willst du denn hier machen? Wir gucken uns mal die Minute an, was die Minute gemacht hat oder hätte. Einfach nur mal, es werden einige, sagen Termin nächste Woche. Ich finde es gar nicht so schlecht, weil ich habe auch mein Fenster nicht auf. Ja, das ist zu viel. Man kann nicht so stundenlang diese Webinare, das ist nichts. Aber wir gucken uns mal bitte den Nasdaq an. Und zwar, wie ihr vielleicht, die, viele haben vielleicht Trading View. Wo ist denn der Nasdaq? Also die meisten haben Trading View. Ja, okay. Gut. So, das sind Trading View, die 15 Minuten. Da hat er hier oben mal ein Sale gegeben. Da gibt es nicht viel dran zu rütteln. Und deswegen auch, vorhin hat er einer gefragt, kann man die Indikatoren mit Demo-Version ausprobieren? Das weiß ich, das weiß ich nicht, weil ich glaube, das wollen die nicht. Die wollen, dass du Kohle zahlst dafür. Also ich, ist aber eine Vermutung. Ich poste hier mal den Link zu deiner Gruppe, Telegram-Gruppe rein, mit dem Hinweis, also ich mache mal hier den Link, hier ist der Link. Da kann also jeder, wer Interesse hat, mehr zu lernen und da weiterzulernen für 1999 15 Tage deine Historie sich anschauen, also was der Christian dort alles schon an Know-how im Prinzip hinterlassen hat zu diesem Thema. Also Videos, er macht sehr viel mit Videos und Audios. und sonst was alles. Also wer da tiefer reingehen will, der kann jetzt da für 19,90 Euro sich die Infos holen und das ist dann gut vorbereitet, falls wir nächste Woche, also ich gehe mal davon aus, wir machen das nächste Woche mit dem Live-Trading weitermachen. In dem Telegram-Kanal ist es eben so, dass ich anfangs den angefangen hatte, hatte ich dem Carsten auch gesagt, mit der Maßgabe Trading-Signale rauszugeben. Das war bis vor einiger Zeit auch noch, als ich anfing, kein Problem. Der Markt ist aber so granatenschnell geworden, dass ich angefangen habe und ich weiß nicht, wie viele Leute hier dabei sind von den Abonnenten. Der Markt ist so granatenschnell geworden, dass ich einfach, bis ich das rausgeschrieben habe, schon die ersten fünf bis sieben, acht Ticks weg sind. Mir ist es ganz recht, so ein bisschen eine erzieherische Funktion zu entnehmen, wo jeder das, ich habe das Ganze auf Telegram eingestellt, wie man das nachbastelt und so weiter, wo jeder sich, und ich glaube, so schwer ist es nicht, über die Minute, sich diese Entry-Signale, die ich habe, zu holen. Wenn man sich jetzt, das ist so das, was ich vorhabe, statt Signale rauszuschreiben, weil es ist auch ein Lerneffekt für jeden zu sehen, wie der Markt funktioniert. Das sind die fünf Minuten. Der hat heute um 15.25 Uhr, also um 15.30 Uhr war diese Candle zu Ende. Ich glaube, das macht man so. Ich kenne mich da nicht so gut aus mit dem Ding. Um 15.30 Uhr war die Candle zu Ende und er ist, nachdem die Opening-Bell geklingelt hat, ist er rausgestürmt und sofort in den Short. 2.89 zu 2.07. Ja, was will man da machen? Wie will man da hinterher kommen? Da sage ich, ja, der Markt ist jetzt short, will ich hier unten nochmal rein? Natürlich hat man hier recht gehabt, dass man nochmal reingegangen ist. Aber ich denke mir dann halt einfach, wisst ihr was, Leute? Das war die Eröffnung. Da muss ich nur überlegen. Man könnte sogar, wenn man will, ich mache es nicht, an so einem Ding hier reingehen und sagen, ich nehme meine 10, 15, 15 Ticks mehr oder weniger mit. Aber er hat hier gedreht, könnt ihr sehen, ist kurz auf die andere Seite gegangen und dann denke ich hier, hier hin, da oben, 73, das Risiko war 77 und dann ging er runter. Boing. Mit diesem zweiten Signal. Das heißt, wenn ihr hier oben reingeht, habt ihr maximal 3 oder 4 Punkte auszustellen. Das ist, glaube ich, im Risk Profile in meinem auf jeden Fall drin. Natürlich kann er mir mit 11 Punkten das Ding hier reißen, aber es gibt kein Trading System, was bei 100% ist. Es gibt nur Trading Systeme, die bei, was weiß ich, keine Ahnung wie viel, wie viel Prozent sind. Aber ich meine, so einen Trade mitnehmen von der 1,77 runter auf die 0,7, das sind 170 Punkte. 170 Punkte mit 30 Cent Einsatz sind 50 Euro. Auch nicht so schnell. Für ein Risiko von 3,30 Euro kann ich 50 mitnehmen. Könnt ihr euch ausrechnen, was das für ein Risk-Reward-Ratio ist. Also hier jetzt nochmal ins Live-Trading reinzugehen, der Markt ist jetzt erstmal verlaufen. Das macht, das macht. Ja, das ist jetzt durch. Wir sind da, der ist im Crash. Ihr merkt euch das, was ich hier gemacht habe. Wir kommen nur mal eine ganz kurze Einführung und das machen wir vielleicht noch ein paar Leute, neue Leute dazu. Aber ihr kennt jetzt alle mal so ein bisschen meine Technik. Wir gehen vor der Eröffnung nochmal ganz kurz durch die 15 und die 5 Minuten und die Minute durch und dann gucken wir mal, ob wir nicht auch so ein paar Trades da mitnehmen können. Das würde ich dir nur so vorschlagen. Du kannst deine Vorbereitung und jetzt, wir setzen dann voraus, dass die Leute so einigermaßen dass entweder dieses Video sich angeschaut haben oder heute dabei sind. Da wird dann nicht mehr viel erklärt. Wie machst du deine Trade-Vorbereitung oder deine Handelsvorbereitung? Und dann geht es los. Dann gucken wir mal. Hendrik, ich habe ungefähr, ich weiß nicht, 60 Videos da draufgestellt und etliche Screenshots. Screenshots habe ich dann irgendwann aufgehört, weil ich gesagt habe, das bringt nichts. Ich gehe aber die Tage oder mittags stelle ich immer mal ein Video rein und gehe die Tage abends nochmal durch. Und das ist immer plastischer und transparenter halt, als wenn ich sage, Screenshot hier rein, weil ich habe früher während meiner Investmentbanking-Zeit auch oft für Derivative Trading Seminare gegeben für Kunden der Bank, für Leute, gerade im Derivative Trading, was so diffizil, aber auch intransparent ist. Und ich mache das schon ganz gerne. Ich möchte aber so ein bisschen einen Effekt kreieren, dass jeder selbstständig mit dem Markt umgehen kann, weil sich am Markt einfach nur darauf zu verlassen, was andere vorgeben in irgendeinem Social Trading. Das finde ich nicht gut, weil man muss ja selbst wissen, wem vertraut man sein Geld an und so weiter und so fort. Und ein bisschen eigene Erziehung ist nicht schlecht. Man möchte im Auto, wenn man fährt, ja auch nicht immer hinten sitzen, sondern immer vorne am Steuer sitzen. Und das ist das, was dieses Trading oder was so ein bisschen mein Begehr ist bei euch oder bei allen, das ein bisschen interaktiv zu machen und es halt auch beizubringen. Denn die Möglichkeit, hier mit Geld zu verdienen, die ist definitiv da. Und es ist eben immer ein geringes Risiko für einen ganz guten, erklecklichen Gewinn, wenn man immer dabei ist. Wenn ich natürlich nur bei dem einen Trade dabei bin und deswegen bin ich auch nicht unbedingt so ein Freund. Ich habe das ein paar Mal am Anfang gemacht. Da habe ich ein paar Trades rausgeschickt. Das waren natürlich genau die, zwei Stück von den acht, die in die Hose gegangen sind. Und dann salopp gesagt, muss man natürlich weitermachen. Zwei Loser rausgehauen und so weiter. Und der nächste funktioniert dann halt einfach wieder. Und so bin ich halt ständig hier am Markt. Alleine guck mal, das war von 15 Uhr die Bewegung hoch. Entschuldigung, das sind die 15 Minuten. Das stimmt nicht, was ich hier gesagt habe. So, was haben wir hier noch? Handelst du jeden Tag? Und wie lange geht die Session? Welche Session? Die Nachtsession oder was das Hirn sozusagen an Aufnahmemöglichkeiten hat. Manchmal bin ich müde. Da geht dann halt einfach nichts mehr. Manchmal mittags zwei Stunden Pause, gehen ein bisschen joggen und dann versuche ich, die Eröffnung zu handeln. Und das reicht dann irgendwann. Wenn ich all diese Signale, die ich euch jetzt hier gerade erklärt habe, den Tag über aufspüre und suche, wie so ein Navajo-Indianer eine Fährte von irgendeinem Wild, dann bin ich irgendwann auch durch. Aber in den drei oder vier Stunden habe ich, wenn der Markt volatil ist, wirklich gute Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und darum geht es. Man darf auch nicht zu viel, dieses zu viel vor der Kiste sitzen, das bringt überhaupt nichts. Das ist doch nur mit der Aufmerksamkeitsspanne von einem Menschen, vor allen Dingen sowas immer sich anzusehen und zu verarbeiten auf dem Minutenschart. Also sorry, da reichen drei Stunden alle mal und vor allem nicht im Stück. Die Komplimente bedanke ich mich. Ja, aber ich wollte auch gerade sagen, kamen einige Komplimente rein, hast du sehr gut gemacht. Viel Input, das soll man erst auch mal, was du heute von dir gegeben hast und gezeigt hast, soll jeder erst mal für sich auch verarbeiten, finde ich irgendwie. Und wer dann noch sagt, finde ich interessant, will mehr erfahren, der kann sich, wie gesagt, dieses Test-Abo anschauen oder mitnehmen für 19,90 Euro oder nächste Woche dann im neuen Termin dabei sein. Für heute würde ich sagen, wir haben jetzt zwei Stunden durch fast. Wir lassen es. Ich würde... Ich habe meine Kinder aus England bei mir von Samstag bis Mittwoch und dann... Gehst du schon ins lange Wochenende wahrscheinlich? Nee, das nicht. Die kommen erst am Samstag an. Ach so. Bis Mittwoch sind die hier. Donnerstag wäre ich bereit für euch, wenn das okay ist. Er fragt jemand, bekommt man Long-Short-Signale mit Stop-Loss? Ja, klar, oder? Du gibst auch deine Signale mit Stop-Loss. Ist ja klar, oder? Ach nee, du gehst Market raus, ne? Wie machst du das? Moment, Moment. Wer hat das... Da war der Werner, der fragt. Nee, du gibst dir ein festes Stop. Du gibst dir ein Stop-Punkt-Zahl mit. Also die Punkte, die du riskierst, gibst du dir ja mit. Short-Signale mit jeweils Stop-Fragter. Nee, Werner, ich gehe in den Markt rein, so wie ich euch das gezeigt habe, an diesem Level. Und diese Levels sind eben relativ schnell. Ich versuche, das habe ich jetzt angefangen und wie gesagt, ich bin auch noch in der Testphase zu sagen, der Markt ist long. Die fünf Minuten sind long. Nehmt euch eure Minute und guckt euch die Levels einfach an. Sprich, Flip, Drehen, Werner. Und dann an diese Moving Average oder was weiß ich da, ja, an diesen Moving Averages einfach rein in den Markt. In einem Slow-Market muss ich keine 11 Ticks nehmen, aber ich nehme irgendwas zwischen 9 und 11 Ticks beim Malastag auch. Bleiben wir einfach mal bei 11 Ticks, arbeitgläubische Zahl. Und dann ist halt die Frage, wie weit geht der Markt? Wie weit geht er? Der Markt geht vielleicht manchmal nur, wie bei diesem einen Beispiel, was ich hatte. Da hat er mir fünf Ticks gegeben, dann hat er umgedreht. Dann bin ich auf gleichem Level wieder raus, nur um danach zu sehen, wie er 40 Ticks nach oben gegangen ist. Das heißt, dort rein und wenn die Minute dreht, auch sofort wieder raus. Und so wie ihr hier seht, gibt es während des Tages mit DAX und Nasdaq 15 Ein- und Ausstiegssignale, Minimum. Und da ist man halt immer dabei. Okay, dann würde ich sagen, Schlusswort, man ist immer dabei, aber auch nicht zu viel, weil jeder Trade kostet am Ende Geld, das darf man auch nicht vergessen. Nein, keiner. Die Signale, die ich bekomme, geht das automatisch. Ich schicke die auf, also die Signale nicht, ich schicke den, ich habe mir jetzt angewöhnt, das so ein bisschen umzustellen. Ich gebe euch den Long-Unden, den Short nach meinem System hier vor. Kann ich noch sagen, die Minute hat geflippt. Und dann geht, und dann geht bitte selbst rein. Da dürfen die Kosten vom Broker aber nur gering sein. die Kosten vom Broker sind die Geldbriefspanne. Das ist wichtig, ja. Es gibt ja bei den Brokern Volumen. Ich glaube, der WH Self-Invest, der macht das so. Der CMC Markets, der macht das nicht. Der CMC Markets hat ein Punkt Geldbriefspanne und das ist alles, was man zahlt. bloß, glaube ich, so ein paar Minimalkosten. Aber das macht am Ende nichts aus. Es gibt beim WH Self-Invest ein Volumen, glaube ich, so ein Volumenkonzept. Da handle ich einfach und es gibt eins, wo ich für jeden Trade Kohle zahle, drei Euro. Ja gut, dann muss ich natürlich, dann darf ich nicht 30 Cent setzen, weil ich sonst 10 Punkte brauche, um die drei Euro Minimum rauszuholen, vorsteuern oder wie auch immer. Das macht keinen Sinn. Also ich brauche einen, wo ich sagen kann, ich handle da drauf auf die eins bis anderthalb Punkte. Mehr ist es nicht und das machen die meisten. Das machen die meisten, ja. Wie ich gesagt habe, viele Broker verstecken einfach in der Geldbriefspanne nochmal zwei oder drei Punkte für sich. Das sieht man. Wenn du einen Markt hast, der nach oben geht, dann lassen die dich auf Mid-Market-Level, sage ich mal, am Einstand rein und sobald der nach oben geht, ziehen die dir heimlich nach oben drei Punkte ab. Das ist deren zusätzliche und nach unten ganz genauso. Das heißt, der Markt nach oben, der geht nicht mit dem DAX 1 zu 1 mit, sondern nur 1 zu 0,97 und da holt er sich dann oben einfach drei Punkte. Der DAX ist dann höher als das, was sie dir dann anzeigen und so holen die sich das Geld heimlich zurück. So arbeitet, ich habe lange genug in dem Business gearbeitet, jede Investmentbank. Den Kunden bei Null reinlassen und beim Rausgehen sich die Kohle sozusagen zurückholen. Also von daher, so wie ich das sehe hier, ist das relativ kostengünstig. Wir treffen uns nächste Woche alle zusammen wieder. Punkt 17 Uhr, also Volltreffer. Nächsten Sonnastag, würde ich sagen 15 Uhr, kurz vor der Eröffnung, nochmal ganz kurz, quick and dirty. Hier sind noch ein paar Fragen im F&A gewesen. Ich nutze Tradingview, kann man da ein Indikator erwerben? Nee, im Moment noch nicht, aber vielleicht irgendwann. Ich habe leider den Anfang, der sehr interessant verteilt, hier später eine Aufzeichnung wird es geben. Man muss den Einstieg also erwischen und nicht während der Rallye noch nachträglich einsteigen. Ganz genau, Carola. Nicht dem Markt nachrennen. Na, habe ich doch richtig gesagt. Das hast du richtig gesagt, Carola. Man kann dem, ich mache es nicht, aber jetzt guck dir die Minute an, ganz kurz. Man kann natürlich, man kann natürlich in der Minute, wo hat das Ding aufgemacht? Hier, um 15.30 Uhr. Dann ging es nur noch bang in eine Richtung. Man kann da hinterherlaufen. Ich mache es aber nicht, weil ich habe es so oft erlebt, 5000 Mal Minimum, dass ich hier short gegangen bin und dann ging der in die andere Richtung. Und ich sage, ich mache es nicht mehr. Ich habe so viel Kohle damit verbrannt, mit hinterherlaufen. Ich mache es nicht mehr. Ich warte, wie hier. Break, Flip, Pullback, da gehe ich rein. Ich renne dem Markt nicht hinterher. Durch die Tatsache, dass mein Ein-Minuten-System so viele Einstiege während des Tages bringt, kann ich mal einen Trade verpassen. Natürlich ist es doof, den hier mit der Riesenbewegung zu verpassen. Aber so ist es halt einfach. So ist es halt einfach. Morgen kommt die gleiche, morgen kommt die gleiche Anzahl von Trades. Aber ich weiß nicht, was ich schon im Hinterherlaufen des Marktes... Naja, Carola fragt hier nochmal, kannst du die Einstiege von der Nasdaq-Eröffnung heute mal simulieren? Hast du ja gerade gemacht, ne? Da hast du nicht reingekommen. Komm mal, der ist hier rausgegangen mit, ich bleib mal bei Tradingview, ne? Er ist hier rausgegangen, in der, ich meine, er ist schon um 13.35 Uhr mit den, mit den Supertrends. Mensch, ich bin ja nicht so firm in dem Ding. Alleine diese Bewegung hier, ne? Von 12 Uhr von der 05 mit diesem Supertrend folgend auf die 44. Das sind 40 Punkte. Dann hat er hier geflippt, ist runtergelaufen. Schon um 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Da hat er das alles gerade wieder rumgedreht. So. Jetzt kam der spannende Moment. Was macht er nach diesen Nvidia-Zahlen in der Eröffnung? In der Eröffnung 15.25 Uhr. Diese Candle ist um 15.29 und 59 Sekunden zu Ende. Also genau eine Sekunde vor der 15.30 Uhr. Und da hat er gar nichts gemacht, hier, außer gleich nach unten gefallen. Guckt man sich die Minute an, um 15.30 Uhr, dann sieht das zwar optisch riesig aus, weil er hier, das sieht genial aus. Wenn ich das dann zeige in einem Video, würde er sagen, boah, ein Bombensystem, ne? Der ist hier um 15.27 Uhr ausgebrochen, ist hier direkt an dem Moving Average. Jetzt kann ich sagen, okay, ich gehe hier short, aber das ist vor der Eröffnung. Bei der Eröffnung, da kann er dich auch 50 Punkte nach oben reißen. Das Ding sieht natürlich perfekt aus, der Trade. Aber ich wäre, er ist aber nie wieder an meinen Supertrend hier irgendwo drangekommen. Er hat sich aber immer an diesem Moving Average entlang gehandelt. Hier war aber ein Einstiegssignal, dann später. Hier hat er mal eine Atempause gemacht, ist von der 36 hoch auf die 88. Hier, wie man auch anhand dieser, das roten Hintergrundszenge, geflippt, hier oben drangegangen auf die 73, hoch war, 79, haben wir mal sechs Punkte ausstehen müssen und dann ging es, dann ging es runter. Das sind die, das sind meine Einstiegssignale. Das macht jeder Trader für sich anders. Ich renne aber keine Markthändler her. Definitiv nicht. Dafür habe ich schon so viel Kohle verjuckt mit dem Hinterherrennen, wo ich dann der Letzte... Man darf auch nicht den heutigen Tag, wo jetzt nach zwei Stunden der Markt schon zwei Prozent im Minus ist, das ist ja kein normaler Handelstag. Nein. Also das kommt vielleicht einmal im Vierteljahr vor, also viel öfters eigentlich nicht, sowas wie heute. Deswegen würde ich gar nicht, wenn du es erwischt hast, natürlich super, als du heute fettes Geld machen können, aber das ist nicht der normale Handelstag. Deswegen würde ich es auch viel interessanter finden, dass wir einen ruhigen, normalen Tag haben, wenn wir sowas nochmal machen hier oder zeigen. Wer natürlich heute da reingekommen ist und das irgendwie mitnehmen konnte, klar, das war mal ein Volltreffer, aber normal ist das ja nicht. Ich finde, ja, ich finde Volatilität bei dieser einen Minute ist genau das, was wir eigentlich haben wollen, weil wenn viele automatische Handelssysteme da drauf haben, dann kriegt man eben auch viele Chancen. Es gibt im Englischen einen Begriff, der nennt sich FOMO, F-O-M-O, das heißt Fear of Missing Out und das sind Trades, wo die Leute hinterher springen, weil sie denken, oh, jetzt ist der Markt in eine Richtung, ich schütze mal hinterher. Ich bin kein FOMO-Trader, ich mache das nicht. Ich warte lieber auf eine andere, Ronny sagt auch, no FOMO und das mache ich, das mache ich. Du plinier doch deinen Einstieg, genau. Ja, genau und es gibt, wie gesagt, über die Minute immer wieder Chancen. Okay, wollen wir mal für heute Schluss machen? Ja, machen wir. Für allen Teilnehmern noch einen schönen sonnigen Restnachmittag, den können wir ja noch ein bisschen nutzen. Ja. Die Märkte, die crashen auch ohne uns. Genau. Oder, mal sehen, vielleicht erholen sich jetzt, aber sieht ja irgendwie schon ein bisschen gefährlich aus da die ganze Geschichte. Und dann bis zum nächsten Mal, ja, Dankeschön. Christian, hast du super gemacht. Wir werden bestimmt wieder was machen, oder? Auf jeden Fall. Wir sehen uns Donnerstag. Oder nächsten Donnerstag. Na gut, alles klar. Bitte. Macht's gut, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.